Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Sendung hier, Stoner, Frank und Frey auf Noviso und heute wieder auch recht, boah, ein spannendes Thema, großes Thema, ein Thema, was ganz, ganz viele Facetten hat und ich weiß gar nicht, ob ich all die Dinge, die ich über dieses Thema schon gehört habe, ob ich das alles jetzt in eine Sendung packen kann, weil es ist wirklich ein Thema, wo man mehrere Bücher schreiben kann und tatsächlich ist es genauso passiert. Es geht um den Mord an Olaf Palme, den schwedischen Ministerpräsidenten in den 80er Jahren. 1986 gab es einen Attentat auf Olaf Palme und warum greife ich das jetzt auf? Zum einen ist es wirklich ein wichtiges Thema, weil du kannst anhand von dem Thema so viele andere Dinge verstehen. Zum anderen ist es so, das hat auch einen gewissen aktuellen Bezug, vor zwei, drei Wochen hat man jetzt offiziell die Akte geschlossen. Es wird nicht mehr ermittelt im Mord vor Olaf Palme. Der ist bis heute ungeklärt und jetzt vor ein paar Wochen hat so die schwedischen Spitzenermittler gesagt so, ja, sie wissen jetzt, was Sache ist. Interessanterweise haben die schon, es gab schon seit mehreren Wochen, Monaten schon immer so Gerüchte, so, dass da irgendwelche Durchbrüche wären, dass man neue Dinge weiß, im Fall Olaf Palme. Und so kam es jetzt dann zu einer Pressekonferenz und einige hatten dann doch die Hoffnung und Erwartung, hey, vielleicht kommt neues Zeug. Und so weiß man auch nicht, kann auch sein, dass tatsächlich neue Beweise kommen. Wäre nicht das erste Mal, dass das sogenannte Cold Cases auf einmal wieder heiß werden. Kann das sein, dass man eine neue DNA spurt oder irgendwas, was man früher nicht hatte. Irgendwas hatten einige, die hoffen, dass da was kommt. Und ja, dann kam diese Pressekonferenz und puh, das war fast eine peinliche Veranstaltung. Letztens stellt sich da der Spitzenchefermittler hin und sagt, präsentiert einen, der schon lange verdächtig war, den sogenannten Skandiamann als Täter. Ein Typ, der damals schon verdächtig war, in den 80ern, wo man aber nichts beweisen konnte. Und der ist praktischerweise auch schon seit 20 Jahren tot, dieser Mensch. Und jetzt stellt man sich hin und sagt, it is most likely, also höchstwahrscheinlich war es der. Ganz sicher ist es immer noch nicht, aber es ist höchstwahrscheinlich, sie sagen, der ist es. Und da der aber auch schon seit 20 Jahren tot ist, lohnt sich keine weitere Ermittlungen. Deckel drauf, Akte zu. Und das ist nicht richtig. Und weil dieses Thema jetzt sozusagen wieder aufgekommen ist in den Schlagzeilen, möchte ich euch mal da ein bisschen die Hintergründe darstellen. Wie gesagt, das ist eine große Aufgabe, das alles nur in eine Sendung zu packen. Es gibt Leute, die wirklich Jahrzehnte an diesem Thema gearbeitet haben. Und deswegen, das hat eine dermaßen Tiefe und so viele Aspekte, das ist wirklich ein super spannendes Thema. Um überhaupt so auch zu verstehen, um was es bei diesem Palme-Attentat geht, müssen wir natürlich ein bisschen auf die Biografie von Olaf Palme schauen und uns fragen, wer war der Typ überhaupt? Und um das wiederum zu verstehen, müssen wir auch ein bisschen einen Ausflug machen in die Geschichte, die Geschichte des Kalten Krieges, 80er Jahre. Was war eigentlich so das Setting, in dem dieses Attentat stattgefunden hat? Und deswegen steigen wir mal ein, eher mit so einem kleinen historischen Abriss. Gucken wir uns mal diese 80er Jahre an. Also in den 80er Jahren, das war die Zeit des Kalten Krieges, diese zwei großen Blöcke, Sowjetunion, USA. Zwei Blöcke, die dann ihre Satellitenstaaten haben. Warschau, Park, NATO. Es war alles so gespalten. Das war, was über Jahrzehnte lang eigentlich diese Erde im Grunde genommen aufgeteilt hat. Und dann gab es noch eine ganze Reihe sogenannter blockfreier Staaten. Das waren also Länder, die zumindest offiziell sich keinem von diesen beiden Lagern angeschlossen haben. Viele von denen aber mehr oder weniger in eine Richtung tendiert haben. Schweden gehört zu diesen blockfreien Ländern. Aber jetzt gehen wir erstmal zu diesem Kalten Krieg. Das war eigentlich eine Situation, die jahrzehntelang ziemlich stabil war. Das hat es so, durch diesen Konflikt, diesen drohenden Atomkonflikt, das war so die Stabilität der Nachkriegszeit über Jahrzehnte. Jetzt als aber in den Anfang der 80er Jahre ein neuer US-Präsident kam, nämlich Ronald Reagan, der ist ins Amt gekommen, der und seine Leute. Man muss ja dann immer von einer Administration sprechen. Es geht nicht nur um einzelne Figuren, sondern es geht um den und seine Berater. Leute wie der Casey, den wir vielleicht nachher noch erwähnen. Ihm als Reagan und seine Leute die Präsidentschaft übernommen haben, hatten die die Idee und den Plan, diesen fast schon verfahrenen Status Quo zu verändern. Und sie sind angetreten mit dem Ziel, den Kalten Krieg zu gewinnen. Zu gewinnen. Und die Idee war sozusagen, die Sowjetunion zu schwächen und letzten Endes das System Sowjetunion zu beenden. Wie konnte man das machen? Die Grundidee, die damals Reagan vielleicht mit das Erste verstanden hat, ist diese wirtschaftliche Überlegenheit der USA. Die Sowjets mussten extrem viel Ressourcen aufwenden, also Ressourcen, die der Staat zur Verfügung hat. Arbeitskraft, Geld, Know-how und so weiter. Die mussten einen sehr hohen Anteil, viel höher als im Westen, einen sehr hohen Anteil ihrer Ressourcen aufbringen, um in diesem Wettrüsten mitzuhalten, um den Status Quo zu halten, um gleich stark zu bleiben. Denn die Sorge war immer, wenn die eine Seite hochrüstet und die andere nicht, dass dann irgendwann tatsächlich eine Art Erdschlag kommen könnte, aus dem Kalten Krieg ein heißer Krieg wird. Also das war so das Mindset, in dem die sich da wiedergefunden haben. Und die Amerikaner haben einfach die Idee gehabt, hey, wir treiben deren Kosten so hoch, indem wir selber sozusagen so hochrüsten. Und hochrüsten heißt nicht nur Quantität, sondern vor allem Qualität. In den 80er Jahren kamen halt echt technologisch so viele neue Dinge auf. Besonders alles, was wir so unter Computertechnologie verstehen. Das ist dort groß geworden. Und das kommt aus Amerika, Silicon Valley und so weiter. Und diesen Vorsprung wollte man nutzen, so hoch zu rüsten, dass die Sowjets permanent unter Druck sind, da hinterher zu kommen. Und man hat dann schon eben darauf gehofft oder auch geahnt, dass die nicht hinterher kommen werden. Sodass früher, später aus diesem Putt, was die ganzen 70er, 60er Jahre, 50er gegolten hat, dass man das überwindet. Das war so die Idee von Ronald Reagan. Und ja, wie hat man das gemacht? Zum einen eben hochrüsten und diesen Rüstungswettlauf so forcieren, dass der Gegner einfach nicht mehr mit kann. Das ist wie in so einem Langstreckenlauf oder sowas. Und du gehst in die letzten zwei, drei Runden und ziehst auf einmal das Tempo nochmal an und guckst mal, ob der andere noch mit kann. Und das war das eine. Und das andere war, und das ist vielleicht der Bereich, wo wir jetzt noch mehr reindringen werden, das andere war, dass man versucht hat, die Sowjetunion permanent irgendwie matig zu machen, zu diskreditieren, zu demütigen, vorzuführen auf diversen Feldern. Ihnen einfach zu zeigen, dass man überlegen ist. Also auch diese Sowjetarmee direkt demütigen. Und da gab es dann tatsächlich Spezialisten in Amerika. Da gibt es einen Mann, der heißt Casey. Das war so einer der engsten Berater von Ronald Reagan. Und der hat so eine Art Gruppe gebildet, die gar nicht offiziell in den Ministerrängen war oder nach außen aufgetreten ist, aber die sehr viel Macht hatte. Also der Casey hatte permanent auch immer Zugang zu Reagan. Und die Idee war, eine Gruppe aufzubauen, die mit psychologischer Kriegsführung auch agiert, um mit dem Ziel, die Sowjetunion zu schwächen. Und da gibt es dann wieder ganz, ganz viele Bereiche, die aus diesem Thinkpool sozusagen rausgekommen sind. Beispielsweise dann auch in den 80er Jahren der Krieg gegen die Sowjetunion in Afghanistan. Diese ganze Idee von den Mujahedin, Al-Qaida und so weiter. Ihr kennt das. Auch diese Ideen sind da in diesem Milieu entstanden damals. Aber da kann man jetzt nicht ganz so sehr darauf eingehen. Sondern ich möchte jetzt echt mal darauf eingehen, auf diese psychologische Kriegsführung, die man in Europa geführt hat und gegen ganze Länder, beispielsweise Schweden. Erstmal ein Blick auf Schweden. Man musste mal so überlegen, das ist eigentlich nur ein kleines Land. 10, 11 Millionen Einwohner oder sowas. Und dafür, dass das Land so klein ist, hat es aber gerade in den 80er Jahren, gerade in der Zeit unter Olaf Palme, hat das einen enormen Einfluss gehabt. Dafür, dass es so klein ist. Das liegt zum einen schon dran, schon mal an der geografischen Lage. Schweden war blockfrei, aber es ist, wenn du dir die Karte anschaust, ist von Schweden, von Schweden ist es zum Teil nicht mehr allzu weit Richtung Sowjetunion. Das ist an der Ostsee gleich auf der anderen Seite. Wir müssen auch bedenken, damals waren die baltischen Länder, das war Sowjetunion. Das ist also nicht weit. Und irgendein Stratege hat mal den Begriff geprägt, so Schweden ist wie ein fester Flugzeugträger oder sowas. Also wenn du von Schweden aus operieren kannst, kann man strategisch gedacht den Sowjets ihre ganze Nordflanke permanent beschäftigen. Das ist immer so eine Bedrohung. Es war aber offiziell Schweden blockfrei. Offiziell war Schweden blockfrei. Und die Amerikaner konnten nicht, wie beispielsweise in Deutschland, einfach mal ihr Pershing-Raketen dorthin stellen oder sowas. Das ging nicht. Und jetzt hat man um diese blockfreien Staaten hat man halt gerungen. Und es war so eine ganz große, wirklich wichtige Bedeutung eben wegen dieser strategischen Lage war Schweden für alle NATO-Strategen sehr wichtig. Und man hat halt versucht, Schweden, falls es zum Krieg kommt, zum großen Krieg, hat man versucht sicherzustellen, dass Schweden auf NATO-Seite kämpft. Und das hat man halt mit allen möglichen, auf allen Ebenen versucht, irgendwie die Schweden halt so in diese NATO zu ziehen. Wir werden auf Strukturen stoßen, die allgemein bekannt sind unter dem Namen Gladio oder Stay Behind. Das ist in Schweden noch viel, viel stärker als in anderen Ländern. Obwohl Schweden gar kein NATO-Mitglied war. Aber da war eben diese Denkweise von NATO-Strategen, aber auch in Schweden natürlich selbst, also Leute, die eher so Richtung rechtes Lager waren, antikommunistisch, da hat es natürlich noch eine größere Bedeutung gehabt. Diese Gladio-Idee, diese Stay Behind-Idee, die nur in der Kürze, die meisten von euch werden das wissen, ansonsten recherchiert das nach, was das ist. In Kürze ist das nichts anderes als, man hatte halt die Sorge, was ist, wenn von den Sowjets so ein Blitzkrieg kommt? Wie damals Hitler gegen Frankreich. Plötzlich rollen da, was weiß ich, 1000, 10.000 Panzer, du kannst die nicht aufhalten. Die Idee von Stay Behind-Armeen war, dass man schon in Friedenszeiten im Untergrund Strukturen aufbaut, die im Falle eines Kriegsfalls dann aus ihren Löchern kommen können und schon vorbereitet sind für eine Guerilla-Kriegstaktik. Also da werden Waffendepots angelegt, da werden Leute ausgebildet an der Waffe, in Sabotage, wie du mit Sprengstoffen umgehst und so weiter und so weiter. Und diese ganzen Gladio-Stay-Behind-Strukturen, die sind in Schweden fast noch stärker als in anderen Ländern, weil eben das ganz wichtig war, sollte der Krieg kommen, dann muss Schweden auf jeden Fall hart gegen die Sowjets kämpfen. Und dieses Milieu ist wichtig, weil das eben auch dann damit zu tun hat, mit Olaf Palme. Ja, jetzt mit Olaf Palme selbst, der war ja Sozialdemokrat. Und überhaupt in Schweden ist die Sozialdemokratie wahrscheinlich so stark wie nirgendwo sonst auf der Welt. Und dieser Olaf Palme, der wollte einen anderen Weg gehen. Der wollte tatsächlich nicht nur irgendwie sagen, ja, wir sind blockvereineutral, wir halten uns zurück und machen schön unser Geschäft, sondern das war einer, der aktiv rausgegangen ist. Und diese kalte Kriegsmentalität auch, dass man wirklich den anderen nicht vertraut, das wollte er da noch brechen. Und eine ganz große Idee war von Olaf Palme einen dritten Weg, also einen anderen Ausweg aus diesem kalten Krieg. Und das ist letzten Endes, was die Amerikaner nicht wollten. Ganz einfach. Also um grundsätzlich so diese Interessen zu verstehen. Denn die Amerikaner, die haben darauf gesetzt, hey, wir gewinnen den kalten Krieg. Wir wollen jetzt gar keinen Frieden machen. Das hätten wir vielleicht in den 60ern oder so etwas machen können. Aber jetzt, in den 80ern, wir sind darauf, wir gewinnen den kalten Krieg. Wir wollen nicht irgendwelche Friedensgeschichten oder sowas, sondern wir machen die Sowjetunion fertig und dann sind wir der Gewinner. Und dann, vielleicht haben die damals schon so weit gedacht, dann kommt, wie wir es heute dann hören von so manchen Thinktanks, der New American Century oder sowas. Das war so die Idee. Das heißt, die hatten kein Interesse daran. Und deswegen hat man das in Amerika oder bei diesen NATO-Strategen mit Sorge gesehen, dass Schweden immer mehr Einfluss gewonnen hat auf diese Welt, obwohl es so ein kleines Land ist. Aber dieser Palme, das war so ein charismatischer Mensch, dem haben die Leute zugehört in aller Welt. Und dieser Einfluss wurde immer größer. Und das wollte USA, NATO unbedingt vermeiden. Und ja, dann hat man psychologische Kriegsführung angefangen. Und vielleicht das interessanteste Thema bei dieser psychologischen Kriegsführung, es geht ja letztens dann nicht nur um Schweden, sondern jetzt hat es viele Schauplätze, aber das, was in Schweden in den 80ern passiert ist, ist wirklich super interessant. Und das Ganze lässt sich zusammenfassen so unter dem Schlagwort die U-Boot-Affäre. Wobei es eigentlich keine Affäre ist, weil es ging über mehrere Jahre. Das ist eines der spannendsten Themen überhaupt aus den 80er Jahren. Ich kann mich erinnern, ich war damals noch sehr jung, das war meine Teenie-Zeit, aber ich kann mich damals auch schon erinnern, dass es immer wieder in den Schlagzeilen auch war. Psychologische Kriegsführung hatte auch immer eine Außenwirkung. Und was kommt dann bei dir an? Und das Narrativ, was war, was man gesetzt hat, ist, es gibt ständig sowjetische U-Boote, die in schwedischen Gewässern unterwegs sind, operieren und die Schweden ausspionieren. Und die Idee war sozusagen, um die Schweden aufzubringen, die schwedische Öffentlichkeit und dann in der Konsequenz und auch die Politik, aufzubringen und misstrauisch zu machen gegenüber den Sowjets. Und es ging los mit 1981, wo ein sowjetisches U-Boot, und das ist zweifellos, das ist ein russisches sowjetisches U-Boot, wo das in Schweden in einem ganz engen Fjord, und wir sehen im Hintergrund, ist auch das Land zu sehen, also es ist wirklich ganz eng in diesen Fjords drin, ist so ein schwedisches U-Boot auf Grund gelaufen. Und war dann auch über Wasser, war für alle zu sehen. Und diese Affäre, die ist auch unter dem Namen bekannt geworden, Whisky on the Rocks, so gefällt mir das besser, also ein bisschen ein anderes Fäbel noch. Warum Whisky? Weil diese U-Boot-Klasse von den Sowjets nannte man, warum auch immer, das war die Whisky-Klasse, so nannte man die einfach. Konnte man identifizieren, Whisky-Klasse, diese Bauart von U-Booten. Und Whisky on the Rocks, also das ist dort halt passiert. Warum ist dieses Schiff überhaupt auf Grund gelaufen? Das ist eine ganz, da ist es schon eine ganz komische Geschichte. Denn, ich meine, diese U-Boote und die ganze U-Boot-Strategie ist schon seit Jahrzehnten so eben im Geheimen operieren. Du möchtest nicht gesehen werden. Und was es unbedingt zu vermeiden gilt für ein U-Boot, ist sozusagen, na gut, es gilt wahrscheinlich für jedes Schiff, auf Grund laufen ist der größte Fehler, den du machen kannst, das Kapitän. Aber für U-Boote gilt es noch mehr. Also die Tarnung aufgeben. Du tauchst nicht auf da, wo Leute dich sehen können. Aber dieses U-Boot ist auf geradezu grotesk dilettantische Weise aufgelaufen, sodass man sich gar nicht sicher ist, wie konnte es überhaupt passieren. Ich meine, war der Kapitän besoffen oder was? Nee. Wenn man genauer nachrecherchiert, dann kommt man darauf, dass es dort einen Führungsoffizier an Bord gab, der letztens dem Kapitän Befehle geben konnte. Und es scheint so zu sein, dass dieser Führungsoffizier es tatsächlich genau darauf angelegt hat. Das geht sogar so weit, dass dann später Taucher dann gesehen haben, dass als das Schiff schon auf Grund gelaufen ist, dass es die ganze Zeit noch mehr Schub nach vorne gemacht hat, um es noch höher auf den Felsen zu kriegen. Das konnte man sehen, weil eben Taucher dann erkannt haben, dass hinter dem Schiff so ein riesen Sandhügel schon aufgewirbelt war von der Schiffsschraube, die er permanent noch anschiebt, um das noch weiter rauf zu kriegen. Also nicht wie, ey, ich bin auf Grund gelaufen, jetzt rückwärts gegangen. Nee, noch weiter drauf. Dubiose Geschichte wurde auch nie ganz aufgeklärt. Diesen Führungsoffizier, der durfte auch nicht vernommen werden. Man hat natürlich dann, das ist ein Originalbild, das ist dann hier schwedische Marine. Und man hat dann die Leute dort von Bord natürlich gefangen genommen erst mal und gefragt, hey, was macht ihr hier an unseren Gewässern und so weiter. Aber dieser Führungsoffizier, den durfte man, von Wahnweisung von oben, den durfte man nicht befragen. So bleibt halt dann tatsächlich der Verdacht, dass das schon irgendeine Art gekaufter Mann war, um eben tatsächlich die sowjetische Marine hier zu demütigen. Aber das war nur der Anfang. Das war nur der Anfang. Das war so, wo das für alle offensichtlich war und das ist auch völlig unstreitbar, das ist ein U-Boot der sowjetischen Marine, das ist hier illegalerweise im nahesten Küstenbereich schwedische Gewässer eingedrungen und aufgelaufen. Jetzt gab es die ganzen Jahre danach, 1981 war das, und eigentlich durch über 5, 6 Jahre hinweg, gab es eine ganze Reihe von U-Boot-Sichtungen in Schweden, also ganz küstennah, eine ganze Reihe von Sichtungen. Es ging dann tatsächlich, das ist eine richtige Hysterie, es ging in Schweden sogar so weit, dass die schwedische Regierung die Menschen dazu aufgerufen hat, hey, haltet die Augen offen. Und Privatleute wie du und ich haben in Schweden dann am Ufer gesessen mit dem Fernstecher, immer so ein bisschen so das Meer abgeguckt, ob nicht irgendwo ein Periskop zu sehen ist oder sowas. Und tatsächlich sind solche Sichtungen immer wieder vorgekommen. Man hat immer wieder Bilder gemacht und immer wieder tauchten U-Boot da auf und immer wieder hat man dessen Russen in die Hände, in die Schuhe geschoben. Hat gesagt, das ist von denen. Und was ist das eigentlich für eine Frechheit da? Olof Palme selbst hat immer wieder sich bei der sowjetischen Regierung beschwert, hat gesagt, was macht ihr hier? Weißt du, warum macht ihr das? Und es ist aber mittlerweile so, und das war damals auch schon so, die Sowjets haben gesagt, nee, wir sind es nicht. Das sind nicht unsere U-Boote. Warum sollten wir es machen? Warum sollten wir U-Boote dort hinschicken und dann mal kurz auftauchen lassen, wirklich 100 Meter vom Strand weg und dann wieder ab und so weiter. Und die Russen haben gesagt, sie sind es nicht. Dieser Hype, der ging jahrelang. Es ging irgendwann an einer Stelle so weit, dass die Sowjets den Schweden gesagt haben, hey, dann bombardiert halt diese Schiffe so. Weißt du, nicht unsere. Hau ein paar Bomben drauf, versenkt das. Das ist nicht unser Schiff. Und tatsächlich hat man das dann einmal auch gemacht. Die schwedische Marine ist auch auf Zack, das muss man schon sagen. Also Schweden, dafür so ein kleines Land, das hat es auf jeden Fall damals ein ziemlich starkes Militär gehabt. Und einmal hat man dann sogar angefangen, so ein U-Boot mal zu attackieren. Allerdings mit angezogener Handbremse. Da kann man immer gleich von oben so, don't do it. Der Verdacht war damals schon da, dass es vielleicht gar nicht alles sowjetische U-Boote sind. Und der Verdacht ist mittlerweile, man kann nicht sagen, voll bestätigt. Wir reden hier immer noch, das ist das, wir reden hier von psychologischer Kriegsführung, wir reden von Geheimdiensteoperationen und nicht alle von denen werden dann irgendwann offengelegt, sodass es dann in den Geschichtsbüchern drin steht. Aber es ist mehr als wahrscheinlich, dass es bei diesen ganzen U-Booten, dass es darum ging, dass die von der NATO kamen. Nicht zwangsläufig amerikanische, sondern ich meine, NATO oder den Hut hat die USA auf, aber man hat eben, das können englische U-Boote sein, italienische, amerikanische und so weiter. Und im Nachhinein, also heute, wenn man rückblickend schaut, ist es so gut wie sicher, sage ich jetzt mal. Es ist nicht offiziell, aber im Grunde genommen weiß man es. Das beste Beispiel ist dafür Caspar Weinberger, der war damals unter dem Präsidenten Reagan der Außenminister der USA. Wichtige Rolle, wichtiger Mann. Und wenn man den jetzt so im Nachhinein, irgendwann hat man den dann gefragt, so zu diesem Thema, dann hat er das schon mehr oder weniger zugegeben. Aber er hat einen entscheidenden Punkt gesagt. Er hat gesagt, hey, aber niemals hat die NATO irgendwelche U-Boote in die schwedischen Hoheitsgewässer reingelassen, ohne die Schweden zu fragen. Wow, das ist natürlich interessant. Aber wer wurde da gefragt? Als schwedisches Militär. Und das ist auch diese ganze Palme-Geschichte so durchzieht. Olaf Palme ist ein gewählter Ministerpräsident, aber gleichzeitig gibt es dort Eliten, man könnte auch von tiefem Staat sprechen, die gegen ihre eigene Regierung agieren. Und das ist, was damals passiert ist. Und das schwedische Volk wurde im Grunde genommen verarscht, wenn du so willst. Das ist eigentlich eine ziemlich krasse Geschichte. Das waren diese U-Boot-Kriege, diese U-Boot-Provokationen. Es gibt dort eine sehr, sehr gute Doku, die ich empfehlen kann, von Dirk Pohlmann. Der hat eine Doku gemacht zu diesem ganzen Thema, diese psychologische Kriegsführung in den 80er-Jahren. Und die könnt ihr auch auf YouTube anschauen. Ich kann sie echt nur empfehlen. Die heißt Die Methode Raggen. Und das geht generell darum, eben, was ich jetzt gesagt habe, das ist fast so eine Zusammenfassung von dort. Es geht halt generell darum, diese Idee, die die Amerikaner entwickelt haben, den Kalten Krieg zu gewinnen. Und eben eins von den Zielen, von den Mitteln, die man da eingesetzt hat, war halt, den Gegner permanent zu diskreditieren, madig zu machen. Das ist das, was wir heute unter False Flag verstehen. Das ist damals passiert. Hey, heute alles nur Verschwörungstheorie. Aber ich meine, das Wort, man agiert, das sind eben keine Verschwörungstheorien. Solche Dinge hat man damals gemacht. Heute natürlich mehr, oder? Ja. Aber dieses ganze Verschwörungstheorie, hey, es gibt kaum eine größere als Olaf Palme, als diesen ganzen Fall. Das muss man wirklich sagen. Hey, das hat von der, vom, vom, vom Verschwörungsgrad, ist das, ist das auf einer, auf einer Augenhöhe wie mit, mit Kennedy, mit dem Kennedy-Attentat. Klar, Kennedy war der wichtigere Mann, der größere Name, den kennen heute alle, Palme kennen nicht mehr so viele. Aber, wir werden da drauf kommen, wenn du, wenn du schaust, wie groß der Grad der Verschwörung ist, das heißt, wie viele sich da verschworen haben, das, dann, dann sind wir da auf, auf einem Niveau von Kennedy. Und, das nur so am Rande, weil, weil das ja heutzutage immer das Totschlager-Argument wird. Oh, das sind nur Verschwörungen. Und, und klar, wenn dein Wissen nicht weiter reicht als irgendein Wikipedia-Eintrag, dann kannst du, na Olaf Palme, es ist doch geklärt, wenn man hat doch jetzt den Täter, der ist seit 20 Jahren tot, aber es ist alles aufgeklärt. Es ist nichts aufgeklärt. Es ist nichts aufgeklärt. Jo, das ist mal so ein bisschen so der, der Hintergrund von, der, der zeitgeschichtliche Hintergrund, wenn du willst, von, von Schweden. Jetzt lassen wir uns ein bisschen über, über Olaf Palme selbst sprechen. Es ist ein ganz bemerkenswerter Mann. Der kommt eigentlich aus einer, aus einer sehr elitären Familie und das ist auch wichtig, glaube ich, bei Schweden, das zu verstehen. Schweden ist das Land der Sozialdemokratie. Nirgendwo sonst, glaube ich, sind die so stark und haben so viel Einfluss gehabt, dass es fast schon Zeiten gab, wo man sagt, das ist wie eine Staatspartei oder sowas. Obwohl man schon Wahlen gemacht hat, aber die waren, die waren, über Jahrzehnte lang, haben die den Kurs von Schweden bestimmt. Gleichzeitig gibt es aber in Schweden auch eine, also eine kleine Schicht von, von, von sehr elitären Leuten, elitärer Familie, die auch großen Einfluss haben auf, auf, auf Wirtschaft und so weiter. Und Olaf Palme kommt eigentlich aus einer elitären Familie und der hat dann eine sehr interessante Biografie. Der ist in jungen Jahren, das war noch in den 40er Jahren, also kurz nach dem Krieg, ist er mal eine ganze Weile in den USA gewesen, hat dort auch ein Stipendium bekommen. Da wurden so langsam, wir reden echt noch von den 40er Jahren, da wurden so langsam so diese transatlantischen Strukturen aufgebaut. Das kennen wir auch alle. Wir wissen, dass ganz, ganz viele von den Leuten, die heute auch in Deutschland in einflussreichen Posten sind, ob es in der Wirtschaft ist, ob es im Staatshöheren Beamtentum ist, Medien, ganz, ganz wichtig, Forschung, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die schon in jungen Jahren in diese atlantischen, transatlantischen Programme gesteckt werden. Man gibt denen Stipendien, man ermöglicht denen gute Studienplätze in den USA und so weiter und versucht die halt einzubinden, dass die dann ihr Leben lang auch im Sinne der transatlantischen Verbindung oder wenn man noch deutlicher werden will, im Sinne der USA halt agieren. Und bei Olof Palme war es im Grunde auch schon so. Der wurde als junger Mann, hat man ihm ein Studium in den USA ermöglicht und da ist er nach Amerika gekommen. Er hat aber dann eben, und das zeigt, dass das eben ein besonderer Mensch ist, der hat dann in Amerika aber auch, als er sein Studium fertig hatte und er war ein brillanter Denker, der hat halt das alles schnell durchgezogen. Danach ist er aber dann für mehrere Monate durch die USA getrampt in den 40er Jahren. Also reisen wirklich hier unten, nicht irgendwo in den teuren Clubs und Hotels nur, sondern getrampt. Und was er dort erlebt hat, das hat ihn wohl sein Leben lang geprägt, weil dort hat er das wahre Amerika gesehen. Dort hat er gesehen diese enormen wirtschaftlichen Unterschiede, also diese krasse Armut, die dort ist, die schlechte Behandlung von den Afroamerikanern und anderen Minderheiten, aber vor allem ging es um die Schwarzen darum. Das ganze soziale Elend, diese brutale Zweiklassengesellschaft, die die USA eigentlich ist, diese Unterdrückung, wenn du schon direkt willst, von den einfachen, armen Leuten, das hat er dort gesehen, selbst erlebt. Und der hat dann auch seine Reisen nicht nur in den USA gehabt, sondern er ist dann auch als junger Mensch in mehreren ärmeren Ländern unterwegs gewesen, in der dritten Welt und hat wirklich das mit eigenen Augen auch gesehen, als junger Mann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil daraus ist aus ihm dann die Vision geworden, hey, die Grundzuständigen auf der Welt sind ungerecht. Das ist ungerecht. Und das ist, glaube ich, was ihn angetrieben hat, diese Welt zu verbessern, ein Stück weit Gerechtigkeit herzustellen. Und das macht es halt interessant. Der kommt aus einer Elite, aber er hat die Welt auch mit eigenen Augen gesehen. Das ist so wichtig, da mal auszubrechen aus dem goldenen Käfig und sich nicht wundern, hey, warum essen die denn keinen Kuchen, sondern mal zu gucken, wie sieht es denn wirklich aus bei den Leuten. Und obwohl er sozusagen diesen elitären Hintergrund hatte, hat er aber diese Welt mit eigenen Augen gesehen. Und das ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie diese Figur Olaf Palme sich entwickelt hat. Er ist dann irgendwann zurück wieder nach Schweden und ist dann sehr schnell bei den Sozialdemokraten gelandet und ist dort dann auch sehr, sehr schnell aufgestiegen. Das war schon in den 60er Jahren, war er dann schon an der Spitze angelangt und ist der, wie nennt man das, Chef oder Vorsitzende von den Sozialdemokraten in Schweden gewesen. Und als solcher hat er dann tatsächlich, als er dann erstmal, als er dann wirklich in die Macht gekommen ist, hat er dann angefangen, aus sich heraus, also aus seinen eigenen Erfahrungen, aus seiner eigenen Vision heraus, Politik zu machen. Und hat sich gelöst von den Plänen oder von der Agenda, die eigentlich die Eliten vorsahen, eben auch für Schweden. Was ist der Platz für Schweden in Zeiten des Kalten Kriegs und so weiter. Und tatsächlich ist es wirklich so, der Olaf Palme war Mitglied der Bilderberge. Ihr kennt die Bilderberge, muss nicht weiter ausführen. Also der war Mitglied bei den Bilderbergern, aber gleichzeitig, gerade als er dann, als er dann das erste Mal wirklich an ein Regierungsamt gekommen ist, er war zweimal an der Regierung, schon in den 70ern war er Ministerpräsident, dann gab es irgendwann eine Wahl, wo er abgewählt wurde und dann in den 80ern nochmal. Also zweimal, über zwei Jahrzehnte kannst du sagen, zwei, zweieinhalb Jahrzehnte war er mit einer der einflussreichsten Leute dort in Schweden. Und das ist allein schon interessant, diese Bio, der ist elitär, der kommt aus Bilderberg und all diesem Hintergrund, macht aber offensichtlich etwas, was diese Leute nicht wollen. Und dazu kommt halt auch, dass der ein unglaublicher Charismatiker war, dass wenn der geredet hat, haben den Leute zugehört. Der hat zum Teil auch wirklich Dinge gesagt, die also nach heutigem Verständnis weit jenseits des politischen Korrekten sind. Er hat zum Beispiel Anfang der 70er Jahre zum Höhepunkt des Vietnamkriegs und auch der Aufregung, auch in Europa, die ganzen Demos gegen Vietnam und so. Da hat er sich solidarisiert mit den Demos. Und hat dort unter anderem in Schweden, ist er auf einer Demo gewesen, zusammen mit dem Botschafter von Nordvietnam. Habe ich hier ein Bild von. Das ist Olaf Palmen in der Mitte und das sind so die Nordvietnamesen. Das ist aber in Stockholm, wo die da so einen Fackel aufmachen. Und ich glaube, es war auch auf dieser Demonstration, wo er dann auch eine Rede gehalten hat und dort hat er dieses Bombardement von Hanoi, also dieser Einsatz wirklich von massenweise Bomben. War es nicht sogar so, dass im Vietnamkrieg mehr Bomben gefallen sind als im Zweiten Weltkrieg? Ich glaube, ich hätte da noch sowas gehört. Aber auf jeden Fall sollte uns das allein schon zeigen, wie groß es da abging. Weil wir wissen, dass im Zweiten Weltkrieg ganz viele Bomben gefallen sind. Das wissen wir im eigenen Land. Hey, selbst jetzt ist es noch so, dass wir jede Woche in irgendeiner deutschen Stadt eine Bombe ausgraben, so aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist Wahnsinn. Vietnam war das halt vielleicht noch krasser. Also wirklich Flächenbombardement, Wald wegroten und so weiter. Und dieses Bombardement von Hanoi, eine große Stadt, das hat Olaf Palme auf dieser Veranstaltung, auf dieser Kundgebung, hat er das verglichen, hat er das in eine Reihe gestellt mit den großen Kriegsverbrechen der letzten 100 Jahre. Unter anderem hat er das verglichen mit Treblinker. Allein sowas, hey, das könntest du heute gar nicht mehr machen. Politisch absolut unkorrekt. Ein Vergleich mit, egal was auf der Welt passiert, wenn du das in Vergleich setzt mit dem Mord an den Juden in Zeiten des Zweiten Weltkriegs, solche Lage wie Treblinker oder Auschwitz, ey, das geht eigentlich gar nicht. Aber so war der Typ. Der hat mit nichts hinter dem Mund gehalten. Der hat die Dinge ganz klar angesprochen. Und hat, weil er dann eben so charismatisch war, haben ihn ganz viele Leute, haben ihn bewundert und haben ihn unterstützt. Aber er hatte auch mächtige Feinde. Und tatsächlich war der so eine polarisierende Figur. Entweder du siehst den als Hoffnungsträger, man überhöht den schon fast, als Hoffnungsträger für eine bessere Welt, der die Welt rausführt aus diesem Blockdenken, kalter Krieg, der sehr progressiv ist, der eine neue Vision entwickelt. Und entweder man hat ihn dafür bewundert oder man hat ihn gehasst. In Schweden selbst war es auch nicht anders. Es ist keineswegs so, dass alle Schweden voll hinter Olaf Palme standen, sondern der hat in Schweden auch große, man muss sagen, großartige Politik gemacht. Großartig, ich meine, wie das Wort heißt, von großer Art. Das heißt nicht, dass ich das alles gut finde. Ich versuche das sowieso neutral zu beobachten und ich gehöre weder zu denen, die jetzt Olaf Palme irgendwie überhöhen, noch ihn irgendwie als das Böse sehen. Vor allem muss man ihn einfach sehen als Kind aus seiner Zeit. Und der hat da auch einen Haufen Dinge gemacht, politisch, die in Schweden auch nicht so gut angesehen wurden. Zum Beispiel ist Olaf Palme derjenige, der im Grunde um das gestartet hat, so die Massenimmigration nach Schweden. Und das ist bis heute ein Riesenthema in Schweden, was auch nicht alles gut gegangen ist. Aber der hatte das damals gestartet. Genauso hat er in Schweden die Wirtschaftspolitik komplett verändert. Der hat diese unglaublich hohen Steuersätze erst eingeführt und hat sich dafür natürlich dann große Feinde gemacht, auch in dem wirtschaftlichen Schweden. Ja, auch da wieder in diesem elitären Schweden. Denn die Steuern, die wurden massiv hoch und er hat sozusagen die schwedische Gesellschaft auch komplett verändert. Ob zum Besseren oder zum Schlechteren, das ist einmal völlig dahingestellt. Aber es geht auch nicht immer darum, so zu bewerten. Hier haben wir jemanden, der hat eine andere Biografie. Aus seiner Zeit heraus, da bin ich überzeugt davon, hat er versucht, das Richtige zu machen. Und wir sollten da jetzt nicht unseren Maßstab anlegen. Das gilt eigentlich immer, wenn wir über Figuren aus der Vergangenheit sprechen. Ich erzähle euch das nur, um zu zeigen, wie sehr er polarisiert hat. Der hat halt auch echt mächtige Feinde gehabt. Feinde innerhalb des rechten Spektrums in Schweden, durch diese Migrationspolitik, Feinde im Bereich der Wirtschaft, die ganzen Wohlfahrtsstaaten, den er aufgebaut hat. Aber eben auch diese Steuern wurden auch deshalb so hoch gesetzt. Und eigentlich ist es wirklich erstaunlich, wenn man überlegt, Schweden so ein kleines Land, aber was das doch für eine wirtschaftliche Kraft auch hat, dass es dann in der Lage war, dieses kleine Schweden in aller Welt zu agieren. Wirklich an den Fronten, so in wichtigen Themen. Denn auch dafür wurde eben sehr, sehr viel Geld gebraucht. Und dann hat die Steuern hochgesetzt, was nicht jedem Schweden gefallen hat, um eben international agieren zu können. Und der hat dann, der hat dann eine ganze, eine ganze Reihe von Projekten unterstützt, also wo der überall am Start war und sich überall eingemischt hat, international. Wie gesagt, es ist ein kleines Land, diese Schweden, aber wo der überall mitgespielt hat. Und ich lese mal so da diese Liste vor, weil die uns auch zeigt, wie viele Feinde der sich offensichtlich gemacht hat. Offensichtlich war er gegen den Vietnamkrieg. Dann gleichzeitig, er wurde dann deswegen auch von den Amerikanern oder von all seinen Feinden ja auch immer so als Russenfreund angepriesen. Hey, das kennen wir irgendwie aus unserer Zeit. Russenfreund, das ist was heute der Putin-Versteher, sei ihr Russenfreund. Oder Präsident Nixon hat über Palme mal gesagt, Zitat, dieses schwedische Arschloch. Das ist wirklich so, ey, der Typ hat überall angeeckt, und, aber eben, nicht nur, das war nicht so einseitig, wie das dargestellt wird, ah, der war gegen die USA. So, und der hat genauso gut auch die Sowjetunion und dieses sowjetische Blockdenken und diesen Militarismus genauso angeprangert. Zum Beispiel hat er, hat er, wie wenig andere, deutlich Stellung genommen, als damals der Prager Frühling war, wo sowjetische Panzer in Prag einrollen. Da hat er international Vollstellung bezogen. Er hat dann auch dieses, dieses ganze, diese Regierung, das Husak, oder Husak-Regime, was sozusagen dann diese tschechische Regierung war, die nach dem Prager Frühling, oder war die schon während des, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber sozusagen diese, das Husak-Regime ist sozusagen ein Satelliten-Regime für die Sowjets. Und so hat er es auch benannt. Der hat, hat die, diese tschechische Regierung hat er genannt, ihr seid, ähm, der Ochse der Diktatur. Also ihr seid nur so, so, so Vieh und ihr zerrt und ihr, ihr schleppt den Karren. Den Karren der Diktatur. Also er hat wirklich krasse Worte auch benutzt, die, die keine Zweifel aufkommen lassen und die für manche wirklich mehr als provozieren, und was schon beleidigend war noch. Er war gegen, gegen jegliche Art von, von Kernwaffenverbreitung. Er war Kritiker von, vom Franco-Regime in Spanien. Der hat, das ist auch krass. Ich meine, die Spanier unter Franco, die haben in den, in den 70ern und später auch, nicht mehr unter Franco, auch in den 80ern, die haben, da gab es zum Teil so Todesschwadronen, staatlich unterstützt, finanziert, ausgebildet, Todesschwadronen, die sozusagen gegen die, gegen die Separatisten der ETA, baskische Separatisten, gekämpft haben. Da wurden wirklich Leute umgelegt. Ob, ob das dann immer die Richtigen getroffen hat, weißt du, kein Gerichtsverfahren, nichts, ja hier, der Terror, zack drauf. So ähnlich wie man es heute macht irgendwie, wenn man von Rammstein aus mit einer Tasse Kaffee gemütlich am Joystick sitzt und dann irgendwelche vermeintlichen Terroristen sonst wo auf der Welt abschießt, ohne Gerichtsverfahren und solche Dinge wurden damals auch in Spanien gemacht und Palme hat, hat das angesprochen und er hat gesagt, eine englische Übersetzung heißt God damn murderers. Er hat diese spanische Regierung, dieses Franco-Regime für diese Exekutionen von vermeintlichen Gegnern hat er God damn murderers genannt. Auf Schwedisch sogar, das habe ich gelesen im Original, da ist sogar das Wort Satan irgendwie, also wie satanische Mörder. Wow, das sind schon richtig krasse Geschütze, die da aufgefahren hat. Weiteres Thema, wo er ganz, ganz aktiv war, ist Opposition gegen das Apartheid-System von Südafrika. Tatsächlich war Schweden der Hauptfinancier vom ANC, den African National Congress, diese Anti-Apartheid-Bewegung, die Bewegung der schwarzen Südafrikaner, Nelson Mandela und so weiter. Er war für, er hat die ökonomischen, die Wirtschaftssanktionen organisiert gegen Südafrika. Er war, er hat nicht nur den ANC organisiert, sondern auch unterstützt, sondern auch zahlreiche andere Organisationen weltweit, egal in welchen Ländern, die irgendwie dabei waren, dieses postkoloniale Erbe neu aufzustellen, Befreiungsarmeen, linke Gruppen, you name it. Also ich meine, wirklich fast alles. Die PLO, also die Palästinenser hat er unterstützt. Die Polisario-Front, das ist etwas, was heute auch völlig irgendwie aus dem Blick geraten ist. Polisario, da geht es um diesen Bereich, hier Südwest-Sahara. Und wo Marokko eigentlich da weite Teile annektiert hat. Könnt ihr heute noch sehen, wenn ihr irgendwo Matler schaut, so ein bisschen schraffiert, was ist da los? Polisario hat er unterstützt. Er hat Fidel Castro unterstützt. Er war in Kuba. Ich habe jetzt das Bild nicht dabei, aber da gibt es ein Bild, wo er in Kuba ist, neben Fidel Castro und hat diese Bewegung unterstützt. Genauso wie Befreiungsarmeen in Nicaragua, El Salvador. Er war natürlich gegen das Pinochet-Regime in Chile. Diese ganze Geschichte Pinochet und Salvador Allende und so weiter. Er war ein Vermittler im Iran-Irak-Krieg. Auch bekannt als der Erste Golfkrieg. Das war in den 80er Jahren. Acht Jahre lang ging, glaube ich, dieser Krieg. Iran gegen Irak. Im Nachhinein wissen wir auch, oder der Verdacht ist sehr groß, wissen muss man auch vorsichtig sein, dass durchaus die NATO, die Amerikaner, Saddam Hussein damals angestachelt haben. Im Iran gibt es eine Revolution, da ist auf einmal Gott der Staat und der amerikanisch eingesetzte Schah ist nicht mehr im Amt. Ja, dann überzieht man dieses Land mit Krieg. Im Grunde genommen, wie man es schon bei der Französischen Revolution gemacht hat, hier sagt von außen gleich mal Druck drauf. Und so hat man damals den Saddam Hussein das schmackhaft gemacht. Hey, hier Krieg gegen Iran. Gibt es auch gute Beute im Süden vom Iran. Das könnte man als Irak dann irgendwie annektieren. Gibt es ein paar Ölfelder. Wunderbar. auch dort hat er interveniert. Also hat versucht, da zu vermitteln und so. Hat er also wirklich auf, wenn du sagen kannst, eigentlich in allen, auf allen politischen Schaufeldern, die diesen Kalten Krieg ausgezeichnet haben, hat er gewirkt, hat er mitgespielt. Und hat immer versucht, so sein Gewicht dort reinzulegen. Und seine Idee war eben Blockfreiheit. Rauskommen aus diesen Machtstrukturen und einen dritten Weg aufbauen. Und, naja, ich glaube, wenn man allein jetzt mal so diese, diese ganze Übersicht gebracht hat, dann, dann kann man erkennen, Olaf Palme hatte unglaublich viele Feinde und mächtige Feinde. Der stand eine ganze Reihe von Leuten im Weg. Und, ich schätze, so ist es damals wahrscheinlich nicht überraschend gekommen. Ich selber war dann noch so jung so. Aber wahrscheinlich war es keine Überraschung, als damals dann 1986 die Nachricht kam, im Februar, Mord in Stockholm, Attentat auf Olaf Palme. So, und jetzt gehen wir mal sozusagen wirklich zu diesem, ach nee, ein Bild habe ich noch, weil das wollte ich auch noch bringen. Nur um zu zeigen, welchen Einfluss dieser Olaf Palme hatte, wie sehr der gehört wurde auf der Welt. Das finde ich auch total interessant. Die Eltern von euch werden sich vielleicht noch erinnern. In den 80er Jahren gab es in der DDR, das ist in der DDR aufgenommen, dieses Bild, gab es den sogenannten, und zwar in Meere, die Olaf Palme Friedensmärsche. Das muss man sich mal vorstellen. In der DDR wissen wir aber, das ist nicht so einfach, jetzt mal eine Demo zu machen vom Volk heraus, die jetzt nicht der Staat oder die Gewerkschaft oder die Partei organisiert. Aufmärsche gab es viele, aber wirklich eine Demo gab es nicht so viele, aber das ist möglich gewesen. Diese Olaf Palme, dieser Olaf Palme Friedensmarsch, das war eine Friedensmarsch. Und auch das, Palme hat es nicht mehr mitbekommen, 86 wurde er ermordet. Aber ich glaube, hier wurde schon die Saat gelegt für das, was da 89 passiert ist. Für dieses Selbstbewusstsein, was dann auch die Bürgerrechtsbewegung in der DDR dann entwickelt hat, das hat hier auch seinen Anfang genommen. Olaf Palme war da ein ganz wichtiger Initiator, der die Menschen dort inspiriert hat und unterstützt hat. Und zwar auch von der Staatsregierung, also von DDR-Regierung, natürlich, klar, keiner hat Palme gemocht, aber offensichtlich war Palme kein Mann der Amerikaner. Das konnte man auch sehen. Also hier konnte man nicht sagen, hey, das sind irgendwie die bösen kapitalistischen Ausländer, die hier subversive Elemente fördern. So Olaf Palme hatte halt einfach so eine Art Glaubwürdigkeit. Deswegen war das möglich. Es ist echt wichtig, welchen Einfluss der genommen hat. Ja, wir haben sie gesehen. Hat mächtige Feinde und so kam es dann eben 86 zu dem zu dem Attentat. Hier ein Bild vom Tatort ist mitten in Stockholm. An dem Abend war Olaf Palme im Kino und allein deshalb glaube ich auch schon ganz viel aus über diesen Menschen Olaf Palme. Wie gesagt, ich will den nicht heroisieren oder sowas. Ganz vieles von dem, was er gemacht hat, ist für mich auch, ja, so hat man halt damals gedacht, so hat er gedacht, aber aus heutiger Sicht vielleicht auch nicht unbedingt das Richtige. Und wenn wir jetzt zurückschauen auf die Geschichte, um das auch nochmal so zum Abschluss zu bringen, okay, die amerikanische Taktik ist aufgegangen. Sie haben den Kalten Krieg gewonnen. Genau mit ihren Mitteln, die zum Teil illegal waren und auch schmutzig, aber sie haben den Kalten Krieg gewonnen. Und das ist jetzt müßig, drüber nachzudenken, was hätte es noch eine andere Möglichkeit gegeben. Wer diesen dritten Weg, den Palme vorgeschlagen hat, hätte der tatsächlich vielleicht auch Erfolg bringen können? Hätte der diese Welt verändert? Wir wissen es nicht. Es ist jedenfalls so gelaufen, die Amerikaner haben den gewonnen. Und danach hätte man tatsächlich, das ist auch ein Thema, Anfang der 90er hätte man tatsächlich vielleicht diese Welt umstrukturieren können. Aus diesen kalten Kriegsmuster raus, zu einer, und damals war auch die Idee, so kann ich mich erinnern, Wind of Change, was ist Scorpions, Global Village, jetzt irgendwie zusammenrücken. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Wie auch immer, es ist anders gelaufen, aber das wollte ich nur noch mal sagen, wir wissen nicht, was die Geschichte gebracht hätte, wenn Palme nicht erschossen worden wäre. Wie auch immer, er war an dem Abend im Kino, und das sagt auch schon ganz viel über diesen Menschen, Olof Palme aus, der hat nicht wie heute Politiker irgendwie abgehoben gelebt, so abgegrenzt, irgendwo so unerreichbar, hinter hohen Mauern und Security und Alarmanlagen und über Leibwächter, so Olof Palme, hat sich als Mann des Volkes gesehen. Der hat gelebt, auch zu diesen Zeiten, wo er Ministerpräsident war, hat er gelebt in einer Stockholmer Altbauwohnung, mitten in der Stadt, mit den Menschen und hat mit den Menschen gelebt. Und dann an dem Tag ist er mit seiner Frau und einem befreundeten Pärchen ins Kino gegangen und da fährt er ganz normal mit der U-Bahn hin. Und nachdem er aus dem Kino rausgeht, wollten die zu Fuß nach Hause. Da war kein einziger Leibwächter am Start. Hat er auch selbst abgelehnt. Ich meine, der hatte Leibwächter und zu manchen Terminen waren die auch da. Das verlangt dann auch das Protokoll. Aber der hat gesagt, hey, jetzt bin ich hier Privatmann und jetzt mache ich das alleine. Ich will hier keinen Leibwächter haben. Ja, klar, man kann natürlich sagen, dass er dann erschossen wurde. Beweist er, dass man sich als Politiker vielleicht hinter hohen Mauern zurückziehen muss. Aber ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Weil ich glaube, Olaf Palme, da hätten auch keine Leibwächter geholfen. Also ich meine, der hatte so mächtige Feinde, den wollte man aus dem Weg räumen. Man hätte es so oder so gemacht. Ich sage es auch nur, um zu zeigen, hey, was das für ein Typ war. Der hat sich eben dort nicht eingeschlossen, sondern der hat mit den Menschen gelebt. Und an diesem Abend sind einige sehr, sehr merkwürdige Dinge passiert. Und auch hier, ich kann euch nur sagen, es werden ganze Bücher über das Thema geschrieben. Es ist wirklich keine Übertreibung. Du kannst Bücherregale füllen, nur mit Büchern zum Palme-Attentat. Das heißt, all diese Spuren, all diese kleinen Details kann ich euch heute gar nicht aufbringen, alle aufzählen. Sondern das ist ja auch wie so oft hier themenlich vorstellt. Bitte ich euch darum oder reg euch an dazu. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut doch mal ein bisschen mehr nach. Guckt euch mal die Doku vom Polmann an und es gibt noch ein paar andere Quellen. Das ist super spannend. Du kannst dein Leben lang daran forschen. Und das haben Leute gemacht, ihr Leben lang. Wie auch immer, an diesem Abend sind einige merkwürdige Dinge abgelaufen in Stockholm. Schon auf dem Weg zum Kino, als er dort in der U-Bahn gefahren ist, gab es Zeugenaussagen, die berichtet haben, dass da irgendwelche komischen Dinge gelaufen sind. Es gibt Zeugenaussagen, die beobachtet haben, der Palme wurde wie beschattet. Das sind also Männer, die die ganze Zeit dem irgendwie auf der Spur waren. Dann gibt es, und das sind nicht nur zwei oder drei Zeugenaussagen. Weil bei Zeugenaussagen, wenn du nur eine hast, das ist eh immer schwierig. Man kann sich doch noch irren und täuschen. Aber hier reden wir von vielen oder einigen Zeugenaussagen. Acht, neun, vielleicht zehn oder noch mehr. Auf jeden Fall eine ganze Reihe von Menschen haben an dem Abend in Stockholm, sowohl vor dem Attentat, in der Zeit während des Attentats und auch danach, festgestellt, dass dort in der Stockholmer Innenstadt eine ganze Reihe von Leuten unterwegs war mit Walkie-Talkies, die also irgendwo ein Kommunikationsnetz aufgebaut haben. Und das ist alles rund um diese Palme-Geschichte. Sowohl dort an dem Tatort als auch dort in der U-Bahn und unter anderem waren dort sogar ganz offizielle Polizei auch involviert. Es gibt eine Zeugenaussage, die finde ich auch bedeutend, wo der Zeuge beobachtet ein Polizeifahrzeug, ein offizielles mit Blaulicht, nicht Kriminalpolizei. Und er sieht, wie dort die Polizisten mit Walkie-Talkies agieren. Nicht mit den Funkgeräten, die sie offiziell haben. Und das ist schon so offensichtlich gewesen, dass es dem Zeugen auffällt. Hä, was ist denn mit denen los? Was machen die denn da? Das hat er sich gemerkt. Und es waren einige, einige Leute. Es gibt eine ganze Reihe von Zeugenaussagen, die eben das belegen, dass da so irgendwie eine ganze Reihe von Leuten am Start war an diesem Abend in Stockholm und die ihr eigenes und die ihr eigenes Kommunikationsnetz hatten. Ganz interessant ist auch eine Zeugenaussage von zwei jungen Frauen, die berichten davon, die haben einen auf der Straße entdeckt, den sie kennen, lose Bekannter. Und zwar einen Finne, ein junger Mann, den sie kannten und den haben die direkt angesprochen. Hey, Herr Grüße und so und wollten nur irgendwas von dem wissen. Und der Typ war so, hey, bleib mir bloß fern. Und danach haben sie dann festgestellt, weil sie irritiert waren, hey, wieso reagiert der nicht? Wieso sagt der nicht hallo? Man kennt sich vom Sehen her und so. Und dann stellen die fest, oder da haben die gehört, dass er, der stand da irgendwie so rot da und eine Hand hat aber so ein Walkie-Talkie gehabt. Da kommen auf einmal irgendwelche, irgendwelche Botschaften raus, so wie, hey, mach jetzt, was du zu tun hast und sowas. Und dann haben sie gesehen, in der anderen Hand hat der Typ eine Waffe. Eine Finne. Hm. Auf jeden Fall sind es, sind es ganz, ganz viele solche Aussagen. Und auf was lässt es alles schließen? Ich versuche das jetzt ein bisschen auch alles schneller zu machen. Es lässt schließen auf gewisse Gladio-Strukturen. Es scheint wohl so zu sein, dass es in der schwedischen Polizei Bereiche gab, die sehr weit rechts standen, die, man könnte auch sagen, rechtsextrem waren. Und diese rechtsextremen Bereiche innerhalb der schwedischen Polizei, die sind wiederum eng verzahnt mit allem, was man so unter Gladio-Strukturen versteht. Ist ja klar. Hey, wenn du so diese Gladio-Stay-Behind-Armee hast, welche Leute rekrutierst du da? Du musst natürlich stramme Antikommunisten rekrutieren. Wo findest du die? Na, in den rechtsextremen Kreisen. Und so hat man es gemacht. Deswegen hast du ja diese Verbindung zwischen Gladio und Rechtsextremen, hast du in allen, überall in Europa, wo diese Gladio-Strukturen sind. Und das Ganze zieht sich bis hin, auch nur so am Rande Deutschland, diese ganze NSU-Geschichte und so. Das riecht dann nach denselben Mustern. Genauso war es damals hier auch. Und du hast also innerhalb der Polizei so einen rechtsextremen Flügel. Und noch mehr gilt das wahrscheinlich für den schwedischen Geheimdienst. Da ist es noch mehr so. Der wurde ja letztens sogar gegründet unter Mithilfe der Deutschen noch im Zweiten Weltkrieg und so weiter. und es scheint so zu sein, dass eben, oder was definitiv so ist, dass von Anfang an, bei dem Attentat, von Anfang an eine ganze Reihe von Pannen aufgetreten sind. Wir nennen es mal Pannen, aber letztens ist es keine Pannen, sondern es ist eine Verschleierung. Das geht los, dass keine richtigen Protokolle sind oder dass an Protokollen rumgefälscht sind, die den Funkverkehr belegen. Wer hat an dem Abend wen, wann, wohin geschickt, also Polizeifunk. Das geht bis hin, dass der erste Ermittler, der dort eingesetzt wurde, ein gewisser Holmeer, von dem ist es bekannt, dass der diese rechten Verbindungen hatte. Das war kein Mann, der pro Palme war, verstehst du? Du machst sozusagen den Bock zum Gärtner und der startet dann die Ermittlungen und dieser Holmeer, der hat dann auch nichts anderes zu tun gehabt, als von vornherein erstmal in eine völlig andere Richtung zu ermitteln. Es gab diese ganzen Pannen, die sind so viele, es scheint sogar so, dass, was auch immer der Plan gewesen war, wie man Palmeer mordet, dass es nicht ganz hingehauen hat. Es scheint auch vieles relativ, relativ spontan gewesen zu sein, weil keiner konnte ja genau wissen, dass der Palmeer an dem Abend ins Kino geht. Das hat er spontan entschieden, von sich heraus, der Palmeer. Man hat ihn halt beschattet und dann, wenn es halt so weit war, dann den günstigsten Zeitpunkt abgewartet. Aber was wir halt sehen ist, dass von Anfang an alles vertuscht wird, von Anfang an die Ermittlungen in eine völlig andere Richtung gelenkt werden. Dieser Holmeer, der hat als erstes oder in den ersten Monaten war der Hauptverdächtige, waren die Kurden, die PKK, kurdische Befreiungsorganisationen, wo man sich schon als allererstes fragt, warte mal, ich habe vorher all diese aufgezählt, weißt du, der Palmeer engagiert sich für all diese revolutionären, linken, progressiven Gruppen weltweit. Warum sollte ausgehen, dass so eine Gruppe den Palmeer ermorden? Also was ist das Motiv? Cui bono, kann man überhaupt nicht erkennen. Aber das wurde damals gemacht und man hat dann einfach einen Haufen Zeit verschwendet, also die ganze Zeit Ermittlungen Richtung PKK, die ins Leere führen, weil da einfach nichts war. Dazu hat man dann aber auch, wie es so oft gemacht wird, wenn solche Attentate sind, man präsentiert irgendeinen Patsy, irgendeinen Sündenbock, irgendeiner muss da herhalten. Und da hat man, in dem Fall hat man gleich mehrere gehabt. Also diese Grundidee, verrückte Einzeltäter. Irgendein Spinner, Einzeltäter, wenn wir den habhaft haben, dann Deckel drauf. Was offensichtlich ganz anders war. Aber diese Einzeltäter, die wurden auch am Anfang schon präsentiert. Zum Beispiel, ganz am Anfang war es Christa Patterson, das war so ein Drogenabhängiger, Krimineller, der auf jeden Fall in Tatortnähe war an dem Abend. Aber später, den hat man sogar mal eingesperrt. Hat man schon mal sogar verurteilt gehabt für den Palmenmord. Später hat man das ein Revisionsverfahren gemacht und dann muss man wieder freisprechen, weil da offensichtlich überhaupt keine Beweise sind. Dann gab es aber noch andere Kandidaten. Unter anderem auch dieser Stick Engström, der jetzt, 2020, als in die Geschichtsbücher eingeht, der ist es jetzt. Auf den hat man sich geeinigt. Das ist das Narrativ. Dieser Stick Engström, der war damals auch schon verdächtig. Auch bei dem weiß man, er war dort, wurde zuerst auch als Zeuge irgendwie verhört, hat dann widersprüchliche Dinge gesagt, wie aber, hey, an dem Abend sind so viele Dinge widersprüchlich gelaufen. Den hat man damals dann auch wieder freilassen müssen. Vielleicht hat er was damit zu tun, aber er ist nicht der verrückte Einzeltäter, aus dem er ihn hinstellen wollte. Dazu gab es dann so viele. Ein gewisser Viktor Gunnarsson stand im Verdacht am Anfang. Das ist so ein, man sagt, ein Right-Wing-Aktivist. Man muss mal so vorsichtig sein mit den Begriffen, weil das sind auch so Labels, die an oft Leuten draufgestempelt werden. Aber jemand, der auch so der rechten Szene zugeordnet wird, die natürlich einen großen Hass hatten auf dem Palme, den hat man mal verdächtigt. Interessanterweise, und das sind auch so viele von diesen kleinen Dingen, diese Viktor Gunnarsson ist dann 1993, ist er dann in den USA erschossen worden, auch auf dubiose Umstände. Weitere Verdächtiger war ein gewisser Roberto Thieme, das war ein chilenischer Faschist, der für das Pinot-Regime am Start war und der auch dort gewesen sein soll. Man hatte halt überall Verdächtige, ja, und irgendwie ist aber keiner von denen hat so richtig in das Muster gepasst. PKK war es nicht, diese beiden Verrückten oder diese mehreren Einzeltäter, die da in Frage kamen, konnte man auch bei keinem so richtig das beweisen. Und es schaut als ob da irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Ich erzähle euch jetzt im Detail und das finde ich vielleicht fast das mindblowingste von dieser ganzen Geschichte. Und ich weiß auch nicht genau, ob es stimmt. Das ist halt auch wieder so, weil du kriegst ja nichts Offizielles. Aber es gibt mehrere Leute, die sich lange mit diesem Fall Olof Palme beschäftigt haben. Ich habe das nachgeschrieben. Und ich habe mehrere Leute sagen, dass auch Josef Fritzl dort am Start war. Wisst ihr noch, wer Josef Fritzl war? Das war der Typ in Österreich, wann war das? War das 90er, Anfang 2000er Jahre? Ist doch Josef Fritzl aufgeflogen. Das war der Typ, der seine Tochter jahrzehntelang im Keller eingesperrt hat, die missbraucht hat, mit der sogar Kinder gezeugt hat. Diese Kinder selber wiederum dort unten als Sklaven leben mussten. Absolut krasser Fall. Also ich denke, jeder von euch wird sich an diese Geschichte erinnern. Und es gibt jetzt mehrere, die sagen, dass dieser Josef Fritzl ursprünglich vorgesehen war für die Rolle des Patsis, des Hündenvox in Stockholm. Es lässt sich nicht genau beweisen, aber was man mit Sicherheit weiß, einer von diesen seltsamen Figuren, die auch am Anfang tatverdächtigt waren in Stockholm, der auch wirklich dort war, das war die Figur, die nennt man The Mad Austrian, der verrückte Österreicher. Da muss ein Typ gewesen sein und der Name, der da oft genannt wird, ist Wilhelm Kramm. Und die Frage ist halt, ist Josef Fritzl Wilhelm Kramm ist gleich der Mad Austrian. Diese drei, passt es zusammen. Was man auf jeden Fall weiß, da war dieser verrückte Österreicher, war dort in Stockholm. Was man weiß, ist, dass der Drohbriefe geschrieben hat im Vorfeld an Olof Palme und bezahlerweise auch an den Holmer, der später der Mittler werden sollte. Also einer der hochrangigen Polizeileute in Stockholm. Dieser verrückte Österreicher hat also Drohbriefe geschrieben, hat den gedroht, ich lege euch um oder sowas. Und die Idee, die dahinter steht, ist, dass dieser Fritzl auch eingebettet war in diese Gladio-Strukturen. An solchen Leuten hat man sich halt bedient. Gerade weil der auch vielleicht damals schon eben sich gewisse Dinge strafbar gemacht hat, ist es jemand, den man in der Hand hat. Und es ist nicht klar zu beweisen, aber manche sagen, dass dieser Fritzl eigentlich dort die Petsi-Rolle übernehmen sollte. Das ist aber gescheitert, weil der Typ so chaotisch war und so mad war, dass er an dem Abend ein Alibi hatte. Der ist nämlich ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo der Palmer-Mord war, ist der in einem anderen Stadtteil aufgegriffen worden von der schwedischen Streife, von der Polizeistreife, weil er besoffenes Auto gefahren ist und mit einer Prostituierten dabei und da irgendwie ein bisschen Krawall gemacht hat. Am nächsten Morgen hat man tatsächlich diesen Mad-Ost-Tür nochmal richtig festgenommen in seinem Hotel, weil man eben diese Drohbriefe hatte. Dann dachte ich, muss man auf den schauen. Aber dann, hey, dann Alibi. Besseres Alibi geht nicht. Am anderen Stadtteil wurde der genau zu dem Zeitpunkt festgenommen. Fällt also raus. Ey, ich weiß nicht, ob die Fritzl-Geschichte stimmt, aber sollte sie stimmen, dann ist es auch nur wieder so eine Tür, die da aufgeht, puh, die da ein Netzwerk zum Vorschein kommen lässt, was wirklich unangenehm ist und was im Grunde dann letztens bis zu diesen ganzen Geschichten von Joachim Heider und so weiter führt. Das ist absolut krass. Aber gut, es lässt sich nicht sicher sagen, wie halt da leider viele Dinge nicht sicher sind. Wer dort noch am Start war, ist auch interessant, ist Craig Williamson. Craig Williamson ist auch ein Name, den muss man nicht kennen, ich habe es mir aber extra aufgeschrieben. Das war ein südafrikanischer Agent, der für das südafrikanische Regime im Ausland operiert hat. Dieser Craig Williamson, von dem weiß man, dass er wirklich an mehreren schweren Straftaten in den 80er Jahren auf jeden Fall, vielleicht auch schon in den 70ern und auch noch bis in den 90er rein, dass der an mehreren Straftaten beteiligt war. Und da reden wir darum, von schweren Sachen, wir reden von Sabotage, Bombenexplosionen, Anschläge, Entführung, bis hin zur zarten Tat und Morde. Und das ist keine Theorie mehr, denn dieser Williamson, der hat das in den 90ern zugegeben. Es gab ja dann, als in den 90er Jahren dieses Apartheid-Regime aufgelöst wurde, da gab es in Südafrika auch diese Idee der runden Tische, diese nationale Versöhnung, wo die Idee war, hey, jeder soll mal sagen, was passiert ist, ohne Verurteilung, aber einfach nur, dass die Wahrheit auf den Tisch kommt, dass wir das irgendwie danach halt, jeder hat aus seiner Position heraus agiert. Der ist jetzt kein Mörder im klassischen Sinne, sondern er ist ein so 007 oder sowas, Lizenz zum Töten und hat für seine Regierung seine Arbeit gemacht. Ja, schwierig, wie man das genau definiert, aber der Typ hat es zugegeben. Und unter anderem hat der, haben die halt diesen ANC immer attackiert. Der ANC, African National Congress, in Südafrika war natürlich verboten, wenn du dich dafür engagiert hast, bist du ins Gefängnis gewandert, so wie ein Nels Mandela-Jahrzehnte. Das heißt, die haben sich im Ausland organisiert und der wichtigste, das wichtigste Zentrum des ANC im Exil war London und dort war der Typ aktiv. Ich meine, die haben da Leute umgelegt. Und dieser, dieser Geheimagent, der war, der hat auch eine Verwicklung dort nach Schweden. Das ist hochinteressant. Nur so kleine Details, weiß ich, ich kann euch gar nicht alle erzählen, aber es ist so krasse Dinge. dieser Craig Williamson, der hatte auch in Schweden versucht, Leute zu infiltrieren in diesem Umfeld von Olof Palme. Auch da, da geht es um viel, viel mehr. Warum eigentlich Südafrika? Es geht nicht nur um den ANC, sondern es geht echt um internationale Waffengeschäfte. Da geht es um so eine Art Dreiecks- oder Kreisbeziehungen. Was man auch noch reinschmeißen müsste, wäre die Iran-Kontra-Affäre, auch in den 80er Jahren, wo es genau darum geht, Waffen zu verschieben, zu verhandeln, an Gruppen, wo du es offiziell nicht machen darfst. Wie beispielsweise bei der Iran-Kontra-Affäre, die Kontras, das waren die Kontras gegen die Sandinistas, also die rechte Gruppen, die die linken Gruppen in Nicaragua, Honduras und so weiter bekämpft haben. Und in diesen ganzen internationalen Waffengeschäften spielt Südafrika eine Riesenrolle. Das Apartheid-Regime war ja auch isoliert. Und man muss es, glaube ich, wirklich sagen, es gab da eine ganze Reihe rechter Regime und Schattenregierungen. Das ist tatsächlich ein rechtes, ein rechtes internationales Netzwerk. Und da war natürlich die Regierung von Südafrika war da dabei. Da war auch die Regierung von Israel dabei. Ich weiß auch, das ist was, was immer schwierig ist heutzutage, aber hey, ich meine, Zionismus in seiner ausgeprägten Form ist eins, so eine rechte Ideologie. Und da gibt es zum Beispiel Connections zwischen Südafrika und Israel. Das hat dann später der Mordejai Wanunu, ein israelischer Whistleblower, der hat da diese Geschichte erzählt, dass das, die Rohstoffe, also das Uran, aus dem du dann auch Plutonium machen kannst oder wie auch immer so, dass diese Rohstoffe für das israelische Nuklearprogramm aus Südafrika kamen. Israel konnte nicht einfach irgendwo offiziell auf dem Weltmarkt hier diese Rohstoffe kaufen, das Uran, man hat es aus Südafrika bekommen. Dafür hat man wieder Südafrika an anderen Stellen gefallen getan. Also was wir hier wirklich sehen rund um den Palme, das Palme-Attentat ist eben ein Gemisch aus rechten Regierungen, Pinochet wäre auch wieder sowas aus Chile, aus rechten Schattenregierungen, die also in Ländern sind, wo sie eigentlich gar nicht an der Macht sind und Waffenhandel. Und wer dort in diesen Kreisen im Weg gestanden ist, der musste weg. Und ja, aber jetzt nochmal zu diesem Craig Williamson und zu diesem kleinen Detail. Dieser Craig Williamson, also südafrikanischer Agent, der hat in Schweden auch versucht, diese schwedische Regierung zu infiltrieren, weil die eben diesen Geschäften im Weg standen. Und der hat dann unter anderem hat er dann Verbindungen gehabt, dieser Craig Williamson, direkte Verbindung zu einem gewissen Bernd Karlsson. Bernd Karlsson war so ein Protégé von Palme, einer von den Vertrauten von Palme, die Palme auch stark gemacht hat. Und dieser Karlsson wiederum, der war sehr aktiv in der Geschichte mit Namibia. Namibia, Südafrika, weißt du, Namibia ist eigentlich ein eigenes Land, aber Südafrika hat das dominiert gehabt damals, hat das kontrolliert. Und dann gab es eben, Namibia sollte unabhängig werden, unabhängig von Südafrika werden und dadurch auch unabhängig von dieser Apartheid-Regierung werden. Und das hat Palme unterstützt. Und da gab es halt international damals so so Kampagnen wie man für Namibia. Und dieser Bernd Karlsson, also der Protégé von Palme, der hat sich diese Sache angenommen. Und der war gerade auf dem Weg nach New York um, das war Ende der 80er, also schon nach dem Palme-Mord, da war dieser Bernd Karlsson auf dem Weg nach New York, um dort in die letzten Verhandlungen zu gehen über diesen Neustatus von Namibia, also wie man Namibia aus Südafrika so rauslöst oder aus dem Zugriff von Südafrika. Ja, und wie es der Zufall so will, ist der auf dem Weg nach New York gestorben. Wie? Ja, dieser Bernd Karlsson, der saß in der Maschine, in dieser Pan Am-Maschine, die Ende der 80er Jahre über Lockerbie gesprengt wurde. Kennt ihr ja bestimmt auch dieses Lockerbie-Attentat. Auch, boah, mega Ding. Ein ganzer Jet ist dort runtergegangen. Heißt es jetzt, man hat diesen Jet gesprengt, weil dieser Karlsson dort an Bord war? Glaube ich nicht. Hätte vielleicht auch andere Möglichkeiten gegeben. Ist es aber auch nur Zufall? Wer weiß. Vielleicht ist es so, weil man wollte sowieso einen Jet sprengen, weil das ist eben auch wieder Teil der psychologischen Kriegsführung. Schiebt man einen Terroristen in die Hände und sagt, ah, da, die bösen Terroristen, wir kennen diese Dinge unter falscher Flagge. Vielleicht wollte man sowieso also so eine Art Aktion machen und dann, hey, passenderweise nehmen wir doch das Flugzeug, da ist gleich dieser Karlsson drin, da sind wir wieder ein Los. Wie auch immer, es ist nur ein kleines Detail am Rande, aber diese Südafrika- Connection ist wichtig. Noch eine Verbindung, die dieser Südafrikaner hatte, der hatte auch Verbindung zu einem Mann, der heißt Bertil Wedin. Der ist ein schwedischer Agent und war sozusagen, hat mit den Südafrikanern zusammengearbeitet. Und dieser Bertil Wedin wiederum, das ist nur so am Rande, es sind so keine Details, der war wiederum derjenige, der den ersten Ermittler, den Holmer, auf die PKK-Spur gebracht hat. Er hat gesagt, ja, hey, wir haben ja gewisse Geheimdienstinfos und schau mal da genau, PKK, so. Ja, wie auch immer. Wir müssen noch einen weiteren Faktor reinschmeißen und ihr seht, das ist so krass. Noch ein möglicher Täter oder noch ein Feind, den Palme sich geschaffen hat, wo wir schon bei Waffenhandel waren, müssen wir noch über den Bofors-Skandal reden. Bofors ist ein Rüstungskonzern, schwedisch-britisch, glaube ich. Und dieser Palme, der war kein Pazifist. Der Palme hat auch durchaus hier solche Waffendeals gemacht. Eben gewisse Kontra-Gruppen ausrüsten. Und unter anderem das größte Geschäft, was damals Bofors machen wollte, was für Schweden der größte Deal gewesen wäre, das wäre ein Riesen-Waffengeschäft mit Indien. Für die indische Armee Haubitzen liefern und so ein Kram. Und an dem Tag, an dem Olaf Palme starb, hat er morgens ein längeres Gespräch gehabt mit dem Botschafter vom Irak. Und da sind wir wieder, ich habe es vorher schon erwähnt, Irak, Iran-Krieg und so. Und dieser Botschafter, der soll dem Palme wohl an diesem Tag in einem Gespräch halt mal mitgeteilt haben, wie eigentlich diese Waffendeals laufen. Was das für ein unglaubliches Netzwerk ist von Korruption, von Kriegstreiberei auch. Und dass dieser Bofor-Konzern, ja, Bofors-Konzern, dass der weltweit tief verstrickt ist in tiefst illegale Praktiken. Übrigens bei diesem ganzen Waffenhandel, das ist auch nur so am Rande, mal reingeschmissen, einer der wichtigen Drehkreuze, Agenten, die sozusagen diese Geschäfte einfädeln, war ein gewisser Adnan Khashoggi. Und Stammhörer werden sich erinnern, Khashoggi war mal was, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, dem sein Neffe oder Großneffe, ist dann der, der von Mohammed bin Salman letztes Jahr oder was vor zwei Jahren da hier zerstückelt wurde. Khashoggi, damals zentrale Figur in diesem internationalen Waffenhandel, den dieses internationale Rechte-Netzwerk so halt veranstaltet hat. Ja und Irak ist eben auch so ein Land, die wurden da auch reingetrieben in diesen Krieg oder ich meine, die haben sich auch reintreiben lassen, man kann nicht aus der Verantwortung nehmen. Aber das ist alles sozusagen an dem Tag, wo Palme ermordet wird, hatten die dann ein längeres Gespräch, wo der irakische Botschafter dem halt auch mal ein paar Infos steckt, hey, wie das eigentlich läuft mit dem Bofors, wie die international auftreten, wie die Leute korrupieren und schmieren und so weiter. Und es wird erzählt, dass der Palme dort einen Wutausbruch gehabt hat, weil er selber gerade zu dem Zeitpunkt dabei war, dieses große Geschäft mit Indien einzuführen und dass das vielleicht auch am Platzen war. Hey, hier hast du nochmal wieder neue Leute, die kein Interesse hatten daran, dass Olof Palme länger noch am Start bleibt. Also ihr seht, das ist wirklich ein unglaubliches Netzwerk, was sich da um den Palme strukturiert hat und an der Stelle möchte ich auch nochmal auf ein weiteres Buch hinweisen, das ist relativ neu auch, von Patrick Barb, das ist ein deutscher Journalist, und Robert Harkawi, Namelkaner. Und das Buch heißt Im Spinnnetz der Geheimdienste Warum wurden Olaf Barschel, U, nein, Olaf Palme, warum wurden Olaf Palme, Uwe Barschel und William Colby ermordet? Und das ist hochinteressant, denn in diesem Buch, das ist ein neueres Buch, das ist erst vor vier, fünf Jahren rausgekommen oder sowas, dort wird dieses Spinnennetz der Geheimdienste, also dieses Netzwerk, von dem ich schon die ganze Zeit hier gesprochen habe, dort wird diese Perspektive noch weiter aufgemacht und dieser Mordfall Palme noch in Verbindung gebracht, eben mit Barschel und Colby. Jetzt nur ganz kurz am Rande, wer war Barschel, das wissen wir auch, Ministerpräsident Schleswig-Holstein, der dann in Genf gestorben ist, die ganze Barschel wäre auch eine super interessante Sache, sollte man fast eine eigene Sendung drüber machen. Man könnte eigentlich eine eigene Sendung machen über mehrere von diesen Attentaten, um das alles mal zu zeigen, was hier gelaufen ist und läuft und das sind alles drei Leute, die eben auch in diesem internationalen Waffenhandel verstrickt waren, eine Rolle hatten und dann irgendwann Persona non grata wurden. Und allein, dass dieser Zusammenhang hergestellt wird, das ist halt hochinteressant, dass es eben nicht einzelne Attentate sind, sondern dass da ein gewisses System dahinter steckt. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, für alle, die jetzt auch nicht die Zeit haben, das ganze Buch zu lesen. Es gibt hier bei uns auf NuWiso von ein paar Jahren wurde eine kleine Diskussionsrunde zusammengestellt, genau zu diesem Thema, wo auch der Patrick Barb am Start ist und auch der damalige Chefermittler zu dem Barschelmord. Hochinteressant. Interessante Talkrunde. Könnt ihr, könnt ihr, solltet ihr euch mal anschauen, hier auf NuWiso. Wir packen hier einen Link rein, wo dieses Buch nochmal genauer vorgestellt wird. Aber warum das so wichtig ist, ist halt aufzuzeigen, wie groß dieses Netzwerk ist und wie das über verschiedene Länder sich ausbreitet, über verschiedene Zeiten und ich möchte mal kurz was noch zitieren, weil hier ist es so schön geschrieben. Zitat jetzt von Patrick Barb, von dem Schriftsteller her. Uwe Barschel, Olof Palme und William Colby hatten etwas gemeinsam. Sie waren im Rahmen des Iran-Contra-Abkommens am internationalen Waffenhandel beteiligt und hatten auf verschiedene Weise Kontakt zur CIA und zur Geheimameter NATO. Das ist, was man heute weiß. Das sind nicht mehr Verschwörungstheorien. Man weiß über diese Dinge. Mittlerweile ist es wirklich gut fundiert. Mittlerweile, weil wenn die Dinge dann weit zurückliegen und die beteiligten auch irgendwann älter werden, irgendwann sprechen die auch darüber. Dann kommen die Informationen raus. Und das ist der Zusammenhang. Habe ich schon erwähnt, wer dieser William Colby war? Der war lange Jahre, war der Chef der CIA. 60er, 70er Jahre. Das ist der Typ, der im Grunde um diese ganzen Gladio-Strukturen aufgebaut hat. Auch in Schweden. Übrigens auch Olaf Palme, das ist auch so krass. Der Typ selbst, ich habe ja gesagt, in jüngeren Jahren, der kommt aus so einer Elite, der ist bei den Bilderbergern gewesen. Olaf Palme selber war auch beteiligt an dem Aufbau von dieser Gladio-Struktur. Die letzten, dass ihn dann selbst auch das Leben gekostet hat. Das ist auch so krass. Aber das zeigt, welche großen Verstrickungen da gibt, wie groß das Netz ist. Und noch einen weiteren Baustein können wir da einfügen in dieses Netz. Auch ein Thema, was super spannend ist und wo es ganz viele, also zahlreiche Bücher gibt und wo wir ganz viel drüber sprechen könnte. Das ist hier Licio Gelli und die Loge Propaganda Due P2. Das ist auch richtig, richtig spannendes Thema. Eine Art Loge, eine Art, also so nach Art der Freimaurer oder sowas. Ein Geheimbund, eine Loge. Und da gibt es ja in Italien auch ganz viele Traditionen. Es geht ja bis hin zu den, wie hieß die Nummer, die Pietro Negri und so weiter. Na egal, das wäre auch wieder ein eigenes Thema. Jemals diese Loge P2 und Licio Gelli, die im Grunde genommen auch nichts anderes ist als dieses Netzwerk von Rechtsextremen, von Antikommunisten, von Gladio, von Bereiche rein Geheimdienste, Armee, Wirtschaft, Medien. Und es gibt ein Telegramm von Licio Gelli an den amerikanischen Priester und Rechtsaktivisten Philipp Guarino. Hört man schon im Namen, das ist dann ein Italo-Amerikaner. Und in diesem Telegramm, das ist vor dem Attentat von Palme, heißt es, Zitat, The Swedish tree will be felled. Also der schwedische Baum wird gefällt. Wir sehen also dieses Schweden als blockfreies Land, dieses kleine Schweden. Was erlauben ich Schweden? Und da haben sie sich gedacht, weißt du, so die ganzen großen Machtspieler, die diese Welte steuern. Was erlaube Schweden? Es kommt dieses kleine Land und macht sich wichtig auf einmal. Man stresst überall. Was erlaubt dieser Palme so? Eigentlich ist er doch von uns. Eigentlich ist er doch Bilderberger. Und wir haben doch eine klare Agenda. Und der macht aber immer sein eigenes Ding. Und ja, es gab es einfach so viele, die gesagt haben, diese Schweden muss weg. Der schwedische Baum muss gefällt werden. Also natürlich Schweden als Land muss nicht weg, sondern dieser Einfluss von Schweden muss weg. Und vor allem muss eben Olof Palme weg, weil der dafür, dass sie so klein waren, doch so eine Unruhe gestiftet hat und dort so vielen mächtigen Kreisen im Weg war, dass es einfach, dass er weg musste. Und ich glaube, ich habe jetzt mal so alle wichtigen Details mal so aufgebracht, um es nochmal zusammenzufassen. Palme, in der Nacht, wo er erschossen wird, hat Polizeiarbeit komplett versagt. Und das liegt glaube ich nicht daran, dass die Polizei in Schweden so ahnungslos wäre, sondern es liegt daran, dass Führungskreise in der Polizei eingespannt waren in dieses Gladio, Stay Behind, rechte Netzwerk. die haben dafür gesorgt, dass in Stockholm ein Cover-up, also dass das unter dem Mantel gehalten wird, dass das vertuscht wird. Das war deren Job. Ich glaube nicht, dass die jetzt wirklich, aber man weiß es nicht genau, wer jetzt wirklich letzten Endes die Waffe in der Hand hatte und auf Palme geschossen hat, weiß ich nicht. Es ist auch letzten Endes wahrscheinlich gar nicht vom Belang, wer jetzt wirklich der Hitman war. Ist es jetzt so, dass diese schwedischen vor Ort eben dieses rechte Netzwerk, dass die sozusagen nur eine Art Schutzraum entstanden haben, wo dann das internationale Hit-Team reingehen kann und halt den Job macht? Sehr wahrscheinlich. War es einer von den Schweden selbst, war es einer von diesen Gladio-Leuten selbst, eventuell ein, wie dieser Finne, der dort erwähnt wurde und so weiter, wir wissen es nicht. Aber was wohl sicher erscheint, was man sicher sagen kann, ist, dass es eine internationale Verschwörung gab gegen Barschel und dass die schwedische Polizei dort tatsächlich mitgewirkt hat. Und da gibt es auch mehrere Beispiele dafür, dass es bis heute so ist. In den 90er Jahren, da gab es mal einen schwedischen Ministerpräsidenten, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, der war auch nur ein kurzes Amt, der war auch nur ein kurzes Amt, der hat gesagt, hey, wir sollten mal diese Polizeispur, so nennt sich das, diese Polizeispur mal genauer verfolgen. Und die wurde nie in Schweden jetzt in offiziellen Ermittlungen verfolgt. Die ganzen Ermittler, nie haben die die Polizeispur verfolgt und mal geschaut, hey, warum haben wir denn da all diese Pannen? Was ist mit all den Zeugenberichten, die von dieser Walkie-Talkie-Connection dort berichten? Was ist da abgelaufen an dem Abend in Stockholm? Und das wurde nie verfolgt. Nein, man hat die PKK verfolgt, man hat da irgendwie verwirrte Einzeltäter verfolgt und so weiter, aber das wurde nie gemacht. Und dann gab es in den 90ern, Mitte der 90er, gab es mal diese Polizeispur verfolgen. Wisst ihr, was da passiert ist? Noch am selben Tag, noch am selben Tag ist auf dem Dach von dem Gebäude, wo der residiert, sind da irgendwelche Leute rumgeklettert auf dem Dach. Das war natürlich, um den einzuschüchtern. Hey, wir können an dein Schlafzimmer, selbst nachts. Du bist dir nicht sicher. Und es ist tatsächlich, glaube ich, am nächsten Tag sogar schon gewesen, dass dieser Ministerpräsident dann zurückgetreten ist. Also das geht dann so zeitnah. Hey, du rührst an dieser Palme, an dem Palme-Narrativ und zeigst, dass vielleicht diese Polizeispur wichtig wäre und wir ermitteln mal dort, hey, dann bist du Persona non grater gewesen, auch in den 90ern in Schweden. Zack weg. Und noch ein weiteres Beispiel wollte ich einbringen und es gäbe so zahlreiche, aber eins, was auch wirklich sehr gut dokumentiert ist, dass es auch heutzutage in unserer Zeit internationale Hitmans gibt, also so Teams, Killer-Kommandos, könnte man sagen, die im Auftrag von Geheimdiensten, Tieferstaat, wie auch immer man das nennen will, von diesem Netz, die dort aktiv sind, das ist auch heute noch so. Und ein Beispiel ist, weil es auch voll durch die Medien gegangen ist, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war, vor 10 Jahren vielleicht, vor 15, ich täusche mich, da werden Tage kommen und gehen, aber das ist noch nicht so lange her, da gab es eine Affäre, da wurde in Dubai, wurde ein hochrangiger Palästinenser, von der Palästinenser-Führung, wurde in Dubai in einem Hotel erschossen und herausgekommen ist, dass es ein Killer-Kommando war vom Mossad, israelischer Geheimdienst. Und die haben damals völlig schamlos die Identitäten von englischen Staatsbürgern einfach geklaut, also die haben dann englische Pässe gehabt, steht da nirgends Name drin, von Leuten, die es tatsächlich in Wirklichkeit gibt und sind mit diesen Namen und Pässen dort in Dubai in einem Hotel eingecheckt, legen den Typen um und checken wieder aus, schönen Tag noch. Und dann kommen auf einem Hintergrund alle Fahndungsbefehle nach irgendeinem Zivilisten so, weil man weiß ja, der war dann im Hotel, das waren die Täter. So ist das alles rausgekommen, das passiert selbst heute noch. Das hat auch keinerlei Konsequenzen oder sowas, dass man jetzt sagt, in dem Fall der israelischen Regierung, und wie gesagt, das geht ja nicht nur um Israel, wie krasser ist dann, es sind all diese NATO-Regierungen und da ist halt Deutschland auch dabei, und USA. In Schweden selbst, dass man noch nie irgendwie diese Verschwörung angegriffen hat, aufgegriffen hat, mal aufgeklärt hat und dann vielleicht nach der Aufklärung sogar noch juristisch irgendwie mal Konsequenzen hat, hat es nie gegeben. Man macht das einfach so. So läuft internationale Politik auch ab. Und da merkt man, was für Leute man da zu tun hat. Und das ist heute nicht anders. So lief das damals, so läuft es heute. Und ich meine, überleg mal, wenn du jetzt Schwede bist und wenn du all diese Dinge so, was wir jetzt hier so erzählen, wenn du das weißt, weil du dich damit beschäftigst, ich meine, wie fühlen die sich? Da wird ein ganzes Land, wird sozusagen mit psychologischer Kriegsführung überzogen, hier mit diesem ganzen Hype mit den U-Booten, mit Falschinformationen, mit Propaganda. Letzten Endes wird dein Ministerpräsident, das muss man sich mal vorstellen, der ist ein gewählter Mann, das ist das höchste Amt, der wird letztens ermordet und dafür sind auch verantwortlich Strukturen, die du im eigenen Land hast, die im eigenen Land verbunden sind mit dem Staat. Was machst du denn da, wenn du da Bürger bist? Was denkst du da? Ey, wie kann das nur sein? Das ist nicht richtig. Und das ist das Entscheidende, warum dieses Thema so wichtig ist, Olaf Palme, weil es läuft, läuft jetzt eine ganze Generation rum, sowohl in Schweden und international noch mehr. Die Olaf Palme kenne ich nicht. Gut, schaue ich halt mal nach bei Wikipedia. Ach ja, okay, Attentat, ja, interessant. Aber die dann letzten Endes halt glauben, ja gut, das war halt dieser Skandiamann, dieser verrückte Einzeltäter. Mit dem Narrativ wachsen jetzt Leute auf. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Der Olaf Palme, wenn du dort reingehst, dann kommst du irgendwann auch dort raus. Das endet nicht bei Palme. Das geht weiter hin, das geht weiter zu Uwe Barschel. Das muss man sich auch mal vorstellen, was das für ein Skandal ist, ein deutscher Ministerpräsident, der im Ausland stirbt und war Selbstmord. Es war kein Selbstmord. Es ist auch völlig klar, dass es kein Selbstmord war. Ich will nicht sagen, dass der Mord aufgeklärt ist, aber es ist klar, dass es Mord ist. Aber das sind die Zustände, die da herrschen. Das ist etwas, was wir verändern müssen. Weil wenn so internationale Politik läuft, dann ist ja klar, dass das mit dem Weltfrieden nichts werden kann. Sondern Leute, die so agieren, das ist verbrecherisch. Das ist verbrecherisch. Und da werden ganze Länder, und zwar so moderne, demokratische Länder, nicht irgendeine Bananenrepublik, sondern so modernes Land wie Schweden, wird dort komplett eingespannt. Deine staatlichen Strukturen, und das geht so weit, dass sie sogar bereit sind, an dem Attentat gegen den eigenen Ministerpräsidenten dort mitzuwirken. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch krass. Und so etwas passiert in Schweden. Wir reden nicht davon, wie sind die Zustände, Spion gegen Spion in irgendwelchen Bananenrepubliken oder sowas. Und das ist Schweden, eines der reichsten Länder der Welt. Total stabil, ein stabiles Bürgertum und so. Und da sind solche Dinge möglich gewesen in den 80ern und bis heute noch nicht aufgearbeitet. Und jetzt kommt einfach so der schwedische Chefermittler und sagt, übrigens, wir wissen jetzt, wer es war. Es war der. Und dann präsentieren sie diesen Skandiamann. Übrigens, Skandia, nur so ein kleines Detail, Skandia ist eine Versicherungsgesellschaft in Schweden. Und der wird Skandiamann genannt, weil der in diesem Gebäude gearbeitet hat, wo diese Skandia ihr Headquarters haben oder sowas. Das Skandiergebäude. Gleichzeitig war dieses Skandiergebäude auch jahrelang das Zentrum von der schwedischen Gladio-Kommandoebene. Also die waren auch in diesem Skandiergebäude. Das ist nur so am Rande. Das ist sozusagen so ein Augenzwinkern für alle, die das wissen, so, ach ja, der Skandiamann, den haben sie jetzt als Mörder gesetzt. Verrückter Einzeltäter. Warum der das gemacht hat, der war halt irgendwie nicht ganz dicht. An dem Abend hat er sich gedacht, weißt du was, ich lege jetzt den Pall und es gibt keine Tatwaffe, nichts. Aber so ist jetzt sozusagen der Deckel drauf. Hier ist euer Narrativ. So wird es jetzt in die Geschichtsbücher reingehen. Und jeder, der sich da ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, und ich sage euch Leute, ich gebe euch nur so einen kleinen Überblick und ich hoffe, ich habe das einigermaßen gemacht und habe nicht irgendwelche entscheidenden Punkte ausgelassen. Weil es sind so viele. Weil es gibt Leute, die da jahrelang, jahrzehntelang daran arbeiten. Es gibt so viele Bücher zu dem Thema. Es ist unglaublich so, welche Dimensionen das hat. Und wie gesagt, dahinter erkennen wir eben, was da für ein größeres Netzwerk ist, was da operiert. Das müssen wir hinter uns lassen. Sonst ist alle Idee, dass wir irgendwie diese Welt verbessern, ist ja nur Makulatur. Wenn diese Gruppen am Start sind oder letztens kaum kommt, mal wirklich jemand charismatisch und verändert mal wirklich was. Und wir reden jetzt nur von einem kleinen Land wie Schweden. Was wäre denn, wenn jetzt mal in einem größeren Land, wo so ein bisschen mehr Gewicht in die Waagstahl legen kann, wenn dort mal ein Mann oder eine Frau an die Spitze kommt, die sagt, hey, wir hören uns mal auf mit dem. Wir ermitteln jetzt mal offen. Wir legen jetzt mal die Dinge auf den Tisch. Und mir geht es nicht darum, um Rache, dass man die alle einsperrt. Sondern mir gefällt euch der Gedanke, der heute auch schon erwähnt wurde, wie das in Südafrika gemacht wurde. Wo man dann halt im Namen des Friedens und der Heilung alle Sachen auf den Tisch legt und sagt, hier, das ist der Mist, der ist gelaufen. An den Dingen war ich beteiligt. Und ja, es ist scheiße. Aber so war es damals. Das sollten wir herkriegen. Aber einfach, bei uns passiert bis jetzt im Jahr 2020 immer noch das Gegenteil. Es wird einen Deckel drauf gemacht. Ja, Akte zu. Der Einzeltäter war es. Und diese Strukturen laufen einfach weiter. Wie gesagt, wer dann letzten Endes wirklich die Waffe in der Hand gehabt hat, es spielt keine Rolle so. Offensichtlich ist es, gab es dort eine internationale Verschwörung. Und es gibt dann verschiedene Hit-Teams. Also die findest du in diesem Gladio-Bereich, die findest du in Osteuropa. Wir sehen diese Strukturen auch wirken hier vor ein paar Jahren in Maidan, in der Ukraine. Das ist nichts anderes. Das sind diese Antikommunistischen, die dann sehr oft eben wirklich in den rechten Bereichen drin sind, die da agieren. Das sind immer auch diese alten Strukturen. Das ist dieses Erbe. Deswegen, wir reden jetzt nicht nur von irgendwas, naja, es war damals in den 80ern und irgendwie Geschichte, sondern nee, da können wir es gut sehen. Weil wenn irgendwas schon 20, 30 Jahre her geht, dann kommen doch mal ein paar Informationen. Das ist halt Geschichte. Hier können wir es sehen. Aber wenn du dort reingehst, dann entdeckst du Strukturen, die bis in unsere Zeit wirken. Versteht ihr? Das ist das. Und mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie Rache. Wir müssen jetzt alle irgendwo verhaften. Aber wir sollten mal diese Strukturen auflegen. Und alle, die daran beteiligt sind, sollten das auch mal zugeben und sagen, ja, so war es. Und es war falsch. Es war nicht richtig. Ich habe es gemacht für Gott oder Vater. Nein, ich habe es gemacht für die Freiheit, für die Demokratie oder für den Sozialismus. Okay, das hast du damals gemacht. Das war damals so. Aber jetzt sollten wir es überwinden. Aber du kannst es nur überwinden, wenn du die Dinge mal offenlegst. Du kannst nur dann zur Heilung kommen, wenn du erst eine Diagnose stellst. So ist es beim Patienten. Du musst erst mal gucken, wo hakt es? Und dann kann ich irgendwie zur Heilung kommen. Aber wenn es einfach nur unter den Tisch gekehrt wird und so getan wird, als ob nichts wäre, und man selbst heute im Jahr 2020 vom schwedischen Staat halt gesagt wird, ja, das war ja dieser Einzeltäter, der ist nicht ganz dicht, dann ist es, also, dann schwelt es weiter. Versteht ihr? Deswegen, deswegen muss man diese Dinge aufdecken. Im Sinne der Heilung. Solange es weiterschwellt, solange es immer noch vertuscht wird, dann fühlen sich auch diese Strukturen bestätigt. Hey, wir spielen das Spiel weiter. Die nennen es dann ganz cool. Ja, mei, was regst du dich so aufs Downer? Die sagen, das ist doch Realpolitik. Das ist aber nicht so. Es müsste nicht so sein. Was für eine Art von Realpolitik soll das sein? Das ist, was wir nicht mehr wollen. Und ja, deswegen ist es ein richtig spannendes Thema. Wenn du einsteigst bei Palme, dann kommst du ganz schnell bei diesen Geschichten raus. Und letztens geht es dann, das geht bis in unsere heutigen Zeiten. Ich habe schon so ein paar Sachen erwähnt. Man könnte dann weitergehen, mal Richtung diese Spur Jörg Haider verfolgen. Was ist denn da los? War das wirklich nur ein Unfall oder nicht? Man könnte Spuren mal verfolgen Richtung NSU, wo auch schon offensichtlich ist, dass es zwischen diesen NSU-Morden, dass es da Verbindungen gibt zu einem rechten Netzwerk. Aber was ist denn dieses rechte Netzwerk überhaupt? Wo kommt das denn eigentlich her? Sind es wirklich nur irgendwelche verblendeten Extremisten? Ja, die gibt es. Aber die werden eben eingespannt. Versteht ihr? Man rekrutiert geradezu diese Leute, um sie dann zu benutzen einfach nur. Wie Schachfiguren. Letztens ist dann eben auch so eine bezahle Figur wie dieser Josef Fritzl. Wir können es nicht genau beweisen. Aber es würde alles gut ins Bild passen. Das ist, du benutzt diese Leute. Und wenn die eingebettet sind in deine Struktur, dann lässt man die auch gewähren mit ihren Verrücktheiten. Ja, der Typ hat seine Tochter eingesperrt dort im Keller. Naja. Aber er ist unser Mann. Er ist unser Sauhund. Deswegen lassen wir den mal schön agieren, weil wir eine andere Gelegenheit können wir den wieder einsetzen für irgendwas. Das ist diese ganze diese ganze pervertierte, verdeckte Deep State Politik. Das ist einfach nicht richtig. Und nur Aufklärung kann uns dabei helfen, irgendwann mal aus diesen Dingen rauszuwachsen. Und Olaf Palme, hey, das ist eine Story fast so groß wie Kennedy. Das kann ich nur jedem empfehlen. Beschäftigt euch damit und schauen wir, dass wenn wir aus der Aufklärung, dass wir dann noch irgendwann zur Heilung kommen. Vielleicht ist es naiv, aber trotzdem, wir können ja nichts anderes machen. Und wirklich, wer sich das anschaut, das ist so offensichtlich. Das ist so offensichtlich. Es ist auch nie nur so, weil ich weiß, viele sagen, das ist wie eine Verschwörungstheorie. Das ist Bullshit, weißt du, das zu sagen. Jeder, der sich dort intensiv damit beschäftigt. Und da musst du keineswegs jetzt irgendwo was weiß ich, bei denen richtig freaky shit die ganze Zeit sich engagieren. Sondern da gibt es Leute wirklich seriöse, das Wort ist auch schon mal so blöd, aber es gibt seriöse Journalisten und so weiter. Leute, die sich jahrelang damit beschäftigen, mit dieser Palme-Geschichte. Und denen jetzt da dieses Narrativ vorgesetzt wird und die auch sagen, hey, das ist einfach falsch. Das ist so offensichtlich falsch. Du schaust dir an und du erkennst, dass es falsch ist. Im Grunde genommen wie 9-11. Schaust dir an und du erkennst, oh, schau dir Kennedy an und du erkennst, oh, echt nur der Lee Harvey Oswald? Really? Ja, so eine Geschichte ist Palme. Und was das halt so spannend macht, weil das eben aufzeigt, so, so, diese, diese, diese kalte Krieg, dieses ganze Denken, was aber eben mit dem kalten Krieg nicht vorbei war dann. Sondern wie auch das in Europa ist, wie, wie ganze Länder ausgenutzt werden und, und, und getäuscht werden. Psychologische Kriegsführung und so weiter. wie das alles verbunden ist miteinander und wie diese Kreise offensichtlich null Respekt haben. Auch vor so einem Land wie Schweden, da hat man einfach keinen Respekt davor. Und, und selbst Leute, die, die in Schweden eigentlich für den, für ihr eigenes Land arbeiten, die dort eingewoben sind in diese internationalen Strukturen und dann dementsprechend parieren. Und, wahrscheinlich einige von denen, schätze ich auch, dass die im Nachhinein sich auch fragen, ey, Wahnsinn, ich meine, das ist eigentlich krass, wir wurden nur ausgenutzt. Wir wurden ausgenutzt, haben unseren eigenen Ministerpräsidenten sozusagen geopfert. Ja, spannendes Thema, deswegen hoffe ich euch, für euch war auch da ein bisschen was Inspirierendes dabei. Ich kann euch nur empfehlen, schaut die Doku an von, von Polmann, die ist wirklich gut, die Methode Raggen kann ich nur empfehlen. Schaut euch auch an, auch eine sehr wichtige Doku, Tod in Stockholm oder Mord in Stockholm, wo es um diese Polizeispur geht. Das ist so offensichtlich, dass das am Start war. Was auch immer die vertuschen wollten, wissen wir vielleicht nicht genau, aber das, dass da diese Vertuschungen liefen von Anfang an, den ganzen Abend schon, sehr spannend. Die Doku kann ich euch empfehlen und, ja, wer noch tiefer reingeht, gibt sehr viel gute Lektüre und irgendwann führt es dann sogar tatsächlich in so einen, so einen noch größeren Kontext. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung und, ja, bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.